Es ist so cozy, Leute, so cozy. Willkommen zum Coziest Game, das es überhaupt auf der Welt gibt. Unpacking hat mir jetzt schon ein-, zweimal, ist mir das ins Auge gefallen. Es soll super entspannt sein, super süß und man packt halt Dinge aus und erfährt dabei so ein bisschen die Story. Und ich freue mich einfach drauf, deswegen lasst einen Daumen nach oben da, kommt gerne auf www.witch.tv. Wenn ihr mal Lust habt, dabei zu sein. Und dann findet mir gerne weitere solche Games, weil ich stehe auf sowas. Und lasst ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und jetzt fangen wir an. Ich bin sehr gespannt. Spielen. Okay. Ich würde sagen, wahrscheinlich sind das Alben und wir können mit einem davon beginnen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem oberen an. Dieses Buch gehört meinen Gnus. Ein bisschen Credits, ein bisschen Schleimen. Mein Gnus gehört das Buch. So. Das ist quasi dein Speicherpunkt. So. 1997. Oh, okay. Da packen wir jetzt quasi aus. Oh, das ist wirklich Satisfaction. Ein Ball. Kann ich den hinstellen, wo ich will, oder wie? Ah, ich kann den tatsächlich hinpacken, wo ich möchte. Okay. Dann machen wir den mal dahin. Ein süßer kleiner Rucksack. Achso, ich kann den auch drehen. Okay. Eine kleine... Ah, okay. Da spielt also jemand Fußball. Wir erfahren also anhand der Dingen, was die Person macht. Und da gibt es immer süße kleine Storys dazu. Interessant. Mach mal ein bisschen lauter. Mein Pulli matcht mit dem Hintergrund. Das war Absicht. Okay. Stifties. Ich habe langsam keinen Platz mehr. Ja. Oh, verdammt. Ich habe wirklich keinen Platz mehr. Gibt es hier auch noch einen Schreibtisch? Achso, da unten ist ja ein Schreibtisch, ne? Kann ich da auch hinstellen. Oh, die Person mag lila. Das ist wirklich süßes Spiel. It's so... It's so unbelievable cozy. So. Kleines Sparschweinchen. Das ist halt geil, ne? Du ziehst um und ballerst halt direkt nochmal alles voll. Achso, das kann ich auch hier reinpacken. Ah, hier geht auch noch was rein. Ja, komm. Wir stopfen mal hier unten ein bisschen was rein. Wie viel Ramsch die Person hat. Mülleimer. Der kommt hier hin. Sehr schön. Ach, ich finde umziehen was Feines. Oh, das ist so lieb. So, dann haben wir nochmal ein kleines Buchi. Das machen wir hier rein. Noch so ein kleines Froschi. Oh, das ist so cooles Spiel. Aber eigentlich sollte ich den Froschi doch oben reinpacken. Ins Bett, oder? So. So, dann machen wir das hier noch rein. Die Figur. So. Das kommt hier noch hin. Ach, ist das schön. Ich kann dekorieren, Leute. Das macht mich glücklich. Wie kommt man eigentlich auf so eine Idee? Wirkt auf jeden Fall, als wäre es das Zimmer. Tamagotchi. Oh je. Wer kennt Tamagotchi, Leute? Wer kennt noch das Tamagotchi? Ich hatte so viele. Und ich war so gut darin, meine Tiere sterben zu lassen. Oh, das ist ja voll süß. Oh, ich liebe solche Games. Das macht mich gerade echt glücklich, Leute. Aber es macht mich nicht glücklich, wie ich es einrichte, Mann. Meine sind immer gestorben. Meine Mom musste die füttern, sonst wären die hops gegangen. Ach Gott, ja. Wenn die Mutter das übernehmen muss, dann ist alles vorbei. So, ich würde sagen, mach nochmal den Rucksack hier irgendwo anders hin. Hier hin. Oh, das macht so Spaß, Leute. Deswegen meine ich, so ein Zimmer einrichten, das ist wirklich schee. Da kann man das auch hier reinpacken, bestimmt, oder? Oh, es geht sogar auf. Keine meine Stifties reinpacken, Mann. So, verliebt. Schon verliebt. Schon verliebt ins Game. Das ist geil, das Game. Das ist richtig süß. Oh, es tut mir leid. Also, ich muss echt versuchen, Triner to... Oh, dankeschön. Die Subs lese ich nachher alle vor. Das ist wirklich ein Triner to... Oh, Game. Oh, eine kleine Schere. Süß. Kann man auch irgendwie die Dinge dann lesen? Es gibt ja, glaube ich, auch Storys dazu, habe ich gehört, oder? Oder habe ich mich da vertan? Oh, die ganzen Stofftiere. Ultrasüß. Und Postoli. Mein Hirn tut mir so weh, du bist alt. Ja, wer kennt Tamagotchi? Ich bin alt. Oh Gott. Aber Leute, wir kennen das Leben noch, wie es ohne Internet war. Stellt euch das mal vor. Es gab früher kein Internet. Ich weiß noch, als es das erste Mal Internet gab, wie ich fasziniert war, dass es quasi alle Bilder zu Dragon Ball auf einmal online gab. Weil ich habe das früher, habe ich immer zum Beispiel Dragon Ball, habe ich früher aufgenommen, um dann quasi die Figuren zeichnen zu können. Weil es gab früher kein Google, wo du es eingeben konntest. Ich musste tatsächlich gucken, dass ich das irgendwie mir abspeichere oder aufnehme. Sonst hätte ich gar nicht die Möglichkeit gehabt. Oh, jetzt können wir das öffnen, oder? Okay, was passiert da jetzt? Muss das jetzt ins Licht gelegt werden? Oder liegen die nicht richtig? Bedeutet das... Ach, das muss ich verstecken, oder? Ein Tagebuch liegt ja eigentlich nicht offen, denke ich mal, oder? Kann das sein? Nee, irgendwas ist mit dem Tagebuch. Okay, aber was? Achso, und das Kissen. Oh, süß. Oh, süß. Und das Kissen. Oh. Das ist ja ultra cute. No, es ist hässlich eingerichtet. Ah. Oh. Endlich habe ich mein eigenes Zimmer. Der Anfang. 2004. Ach, leben wir quasi die Geschichte von der gleichen Person? Kann es sein, dass der jetzt älter ist? Und jetzt wieder umzieht? Okay, erstmal hier gucken. Was steht hier an? Booster. Ach, das ist wahrscheinlich der gleiche, oder? Der zieht jetzt um. Der wird jetzt erwachsen. Oh, ist das lieb. Oh, schön. Ja, es ist der gleiche, oder? Er malt ja auch noch. Hm. Wo soll ich das hinpacken? Stifte auf jeden Fall hier auf dem Tisch. Aber am besten so, weil ich sehe schon, da ist ein PC. Der muss ja auch hier hin. Oh, vielen Dank für den Raid. Von wem kam der denn? Dankeschön. Dankeschön. Das sind ja süße Emotes. Fudel. Alisa, danke für sieben Monate. So. Oh, ist das süß. Dankeschön an Lukas. Vielen, vielen Dank für den Raid. Das ist der gleiche. Guck mal, das ist das gleiche Stofftier. Der wird jetzt erwachsen. Ach, wie witzig. Da war ich noch ein kleines Arschi. Dankeschön, Lukas. Vielen, vielen Dank. Ich kann dir dieses Spiel hier sehr empfehlen. Es ist ultra süß. Das heißt Unpacking. Da packt man aus. Und während man auspackt, erfährt man quasi die Geschichte der Person dahinter. Das hört sich jetzt nicht so spannend an, aber vertrauen wir einfach. Es ist richtig cute. Okay, so. Was habe ich denn noch alles für Zimmerchen? Ah, okay. Hier gibt es einiges auszupacken, Leute. Ein kleines Radio. Ich würde sagen, das machen wir hier oben hin. Ich habe das Spiel schon gespielt. Ich liebe das. Geil. Das ist echt süß, gell? Das ist richtig, richtig süß. Und was ich dir auch sehr empfehlen kann, Lukas, ist Lucid Dream und Alive in Music. Kann ich dir auch ganz, ganz, ganz arg empfehlen. Ist richtig, richtig geil. Das spielen wir nachher auch noch. Deswegen vertrau mir. Ich habe lange danach gesucht, um diese Dinge zu finden. Irgendwie habe ich es mit der Farbe lila, oder? Das ist schon wieder alles lila hier. Ach, das kann man auch oben hinhängen. Ach, ist das cute, Leute. Da fehlt aber noch ein Stiefel. Es stresst mich jetzt, dass da noch ein Stiefel fehlt. So. Ab. Die Musik. So, schön abholen. Den machen wir, glaube ich, einfach an die Wand hin. So sahen früher die PCs aus, Leute. Ich bin alt. Ich merke, dass ich alt bin. Ach so, wir sind ein Mädchen. Ach so. Oh, das ist von meiner Freundin. Das ist ja witzig, weil jetzt wegen Fußball dacht ihr wahrscheinlich auch, es ist ein Kerl, oder? Lustig. So. Game Boy. Süß, ein Nerdy ist das. Eine kleine Zockerin. Unter den Tisch der PC. Ja, wollt ihr? Oh Gott, wie alle durchdrehen. Echt, ich hätte den... Also, gut, dann machen wir es halt so. Dann machen wir es halt so, Leute. So, die Bücher packen wir da nach oben hin. Kleine Red Deer Gummi. Was ist das? Kann man das öffnen? Nee. Pack ich mal hier unten hin. So, Söckchen, Unterhöschen, genau so. Ich habe eine Zeit lang tatsächlich auch meine Unterwäsche so hingeformt und habe dann irgendwann gemerkt, nee, macht mir keinen Spaß mehr. Und habe sie dann irgendwann reingeklatscht. Um ehrlich zu sein. Poster braucht man auf jeden Fall unten, Leute. Mh, so. Sockis. Der Würfel, der ist auch ganz elementar. Der kommt hier oben hin. So. Wie viel... Na gut, ich sollte es nicht sagen, wie viel Unterhosen hat sie eigentlich, weil... Man kann nie genug Unterhosen bekommen und haben. So. Jetzt reicht es langsam mal. So. Okay, Stifties. Oh, es ist ein entspanntes Game, Leute. Ich kann es nicht oft genug sagen. Eine Maus brauchen wir natürlich auch. Schrecklich, ich habe nicht mal Platz. Oh je, ich habe echt nicht mal Platz. Mann, ich bin so schlecht im Einräumen. Das nervt mich jetzt. So, wir machen das jetzt mal alles hier hoch. Das Stofftier kommt jetzt hier ins Bett. Gibt es eigentlich eine richtige Vorgabe oder kann ich es wirklich einräumen, wie ich es möchte? So. Ein... Ist das wieder mein... Ah, das ist wieder... Ne, ist ein Notebook einfach nur. Geil, das muss ich da nicht runterlegen. Hier noch ein Buchi. Noch ein Buchi. Sieben Jahre, da steht der Würfel immer noch nicht gelöst. Okay, meine kleine Tasche. Die kann hier hin. Seid ihr eigentlich extrem ordentlich? Also ich finde, dieses Zimmer ist jetzt schon sehr ordentlich. Aber bei mir fängt es halt immer irgendwie so an. Dass ich tatsächlich irgendwann bemerke, dass ich kleine Sachen rumliegen lasse. Und dadurch, dass ich alles rumliegen lasse, werde ich dann immer schmuddeliger und unordentlicher. Und dann eskaliert es irgendwann. Dann kommt der Eskalationspunkt und dann macht es mir keinen Spaß mehr. Ach so, die Schuhe können auch da unten hin. Wo ist eigentlich der andere rote Stiefel? Das stresst mich. So. Gibt es nicht. Okay. Also ich würde ordentlich sein. Chaos sollte nach mir benannt werden. Ja, ich bin mega ordentlich. Aber das ist aber süß. Hallo, Kate, Monique. Grüße dich. Das ist so cozy. Ich habe mir richtig Bock umzuziehen, wenn man das hier sieht und macht. Oh Gott, nur drei Hosen. Wie diszipliniert. Kann ich nicht von mir sagen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt zum Beispiel in meiner jetzigen Wohnung absichtlich einen zu kleinen Kleiderschrank gekauft. Und seitdem ich das gemacht habe, merke ich, dass ich auf einmal, wer hätte es gedacht, gar nicht mehr so viel Klamotten habe. Ich habe so ausgemistet und ich misste auch immer wieder neu aus, weil ich diesen Platz nicht habe. Ich hatte früher so unfassbar viel Müll und viel Mist und viel Klamotten, die ich nur einmal anhatte. Und jetzt dadurch, dass ich keinen Platz mehr habe, habe ich halt teilweise wirklich, keine Ahnung, überschaubar viele T-Shirts oder drei Hosen, die ich anziehe. Und das reicht auch vollkommen. So wie sie jetzt. Mein Sohn allerdings beherrscht das Chaos. Süß. Klopapier kommt auf jeden Fall hier rüber. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn du auf dem Klo sitzt und du merkst, verdammt, das Klopapier ist leer. Habe ich so oft. Diese Situation. Gibt es hier keinen Platz mehr für mein Buch? Mann. Noch ein Buch. Naja, die Bücher müssen ja nicht immer überall rumstehen. So, noch ein T-Shirt. Mann, wie schön ist dieser Kleiderschrank bitte eingeräumt. Ist ja total cute, oder? Oh, Leute, spielt das Spiel. So. Was gibt es hier alles drin? Ein Handtuch. Eine Seifi. Ein Becherchen. Und da möchte ich bitte... Ja, danke schön, das hat mich schon gestresst. So. Oh, süß, Leute. Ich sterbe. Ich sterbe, ich kann nicht mehr. Ein Parfümi. Ein Parfümi. So, das kann ich dir bestimmt auch reinknöden. Parfüm kommt auch nach unten hin. Der Birsch, die gehört auch nach unten hin. Auch mein Bad, Leute. Es ist eine Katastrophe, wie viel scheiß Waschmittelzeug sich habe, was ich gar nicht brauche. Noch ein BH. Wusste doch, dass da noch irgendwo einer sein muss. Stammt, haben wir dafür keinen Platz mehr. Dann packe ich den jetzt einfach hinten hin. Tampons, ganz wichtig. Nochmal Duschmittel. Keine Ahnung, wie viel braucht die denn? Naja. So. Und dann machen wir das noch hier hin. Wunderschön. Und nochmal. Können wir das nicht irgendwo hier unten hinpacken? Ich finde das am Boden eigentlich nicht so geil, aber egal. Und dann noch ein Handtuch. Wo kann das hin? Wo kann denn das hin? Ah, hier. Interessant. Nochmal Tampons und Binden und Mülleimer. Verdammt. So, da kommt das hier hin. Und ein Kochtöpflein. Pfanne. Oh, das Spiel macht aber echt süchtig, Leute. Das hätten wir nicht anfangen sollen. Tut mir leid. Das werden wir jetzt die nächsten zehn Jahre spielen. So, Tassen. Ich finde es immer gut, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn Tassen hinter einer Schublade sind. Weil gerade bei mir ist es so, ich habe so viele unterschiedliche Tassen. Das sieht so hässlich aus, wenn man die alle sieht. Eigentlich sollte das leicht zugänglich sein. So. Kann man die ineinander stellen? Yes. Sehr schön. Genau das wollte ich. Ach, Schirrhangel. Ach, Schirrhangel. Kommt da hin. Okay, das kommt dann hier rein. Oh, es ist schön. Tut mir leid, ich muss es die ganze Zeit sagen, aber es gefällt mir so gut. So. Auf jeden Fall hier hin. Ja. Das macht halt immer so die Küche ätzend. Das kann hier unten hin. Rein damit. Eigentlich kann das auch hier unten hin. So mache ich es zumindest immer. Was ist das? Ach, ein Waffel. Ein Waffeleisen. Und ein Schneidi-Bretti. Natürlich. Aber Schneidbrett würde ich auch hier unten hin machen, oder? Obwohl, das braucht man eigentlich immer. Ich lehne es halt immer an die Wand, aber das geht hier jetzt gerade leider nicht. Das würde ich sagen, machen wir hier hin. Topfi. Machen wir hier hin. Das kann man auch alles hier unten hinpacken. Das würde ich auch unten hinpacken. So. Ja. Auf jeden Fall die Tütchen. Müllsäckchen. Äh, ja. So. Ach, das ist die Tastatur. Was macht die denn hier drin? Topf nach unten. Topf nach unten. Die halten es alle nicht aus. Nein. Topf muss nicht nach unten. Topf muss... Ja, Topf muss schon nach unten. Ihr habt recht. Ich mach's okay. Topf nach unten. Moment. Und... Topf nach unten. Passt gar nicht rein. Ah, doch hinten hier. Okay. Genau. Schön zu den ganzen... Äh, ungesunden Scheiß. zu den ganzen Chemikalien. Flop. Flop. Noch Gläser lies. Komm oben hin. Obwohl Gläser sollte man eigentlich auch immer gut erreichen. Messer. So. Falls der Freund wieder nervt. So. Ja, das packen wir hier hin. Ist das ein entspanntes Spiel, ey? Oder ist endlich der verloren gegangene Schuh? Scheiße. Ich hab keinen Platz für diesen verdammten Schuh. Oder kommt der halt da hinten? Ist mir auch egal. Zack. Seven vs. Wild finde ich sehr interessant. Aber ich glaube, ich würde da ungern mitmachen, weil ich einfach sofort am ersten Tag drauf gehen würde. Ich hab gar keine Ahnung, wie ich irgendwie surviven könnte. Ich find's aber saucool, wenn Leute das können. Und da fit drin sind. Ich glaub, ich wär danach Seven vs. Klu. Dead. Kein Platz für Salz hier. So. Das machen wir alles hier oben hin. Eine Klopapierrolle, die muss immer griffbereit sein in der Küche. Wie seht ihr das? Zeva. Zeva ist mein bester Freund. Ich glaub, das Schneidi-Brett mach ich auch weg. Das nervt mich. Waffeleisen braucht man auch nicht immer. So. Dann nochmal hier. Ist hier noch was frei? Yes. Und fertig. Wunderschön. Was kann ich damit jetzt machen? Das passt hier nicht hin. Das muss weg. Achso, das darf hier nicht sein. Kann man das auch da oben hinstellen? Im Schlafzimmer ist auch noch irgendwas. Ach, die dürfen hier drin auch nicht sein. Warum denn nicht? Jetzt. Okay. Wunderschön. Das Kissen kann sie noch hinlegen. Ist das nicht schön, Leute? Die Vorlesungen beginnen am Montag. Ich freu mich auf die Uni. Also, wir sind jetzt schon in die Uni gekommen. Kommen wir zum nächsten Level. 2007. 2007. Ist jetzt drei Jahre später. Oh, ich bin Cosplayer. Ist das eigentlich immer die gleiche Person? Ich glaub schon, oder? Oder nicht? Auf jeden Fall sind es immer Zocker. Das begrüße ich tatsächlich sehr. Okay, lass mal gucken. Was geht hier ab? Bücher. Oder ziehe ich zu meiner Freundin? Kann es sein? Ich ziehe jetzt, glaub ich, zu... Oder ziehe ich zu irgendjemandem dazu? Weil hier stehen ja so Sachen rum. Ich lese nachher alle Subs vor, meine Liebis. Kann es sein, dass ich zu irgendjemandem hinzufüge? Äh, hinzuziehe? Oder wie sieht das aus? Weil es ist ja alles schon eingerichtet. Das heißt, glaub ich, ich ziehe zu jemandem dazu. Das wär auf jeden Fall süß. Ein Sailor Moon-Kleid. Schön, dass die Person auch genauso viel Platz dann noch hat. Äh, wie ich's brauche. So. Ja, es sieht aus, als wäre es eine WG vielleicht. Ja, das könnte auch gut sein. Auf jeden Fall sind es wieder meine Figürchen. Die ich so hatte. Und das ist drei Jahre später. Wie süß ich das einfach alles da dazustelle. Und die Bilder einfach alle hinhängen. Das würde bei mir in der Wohnung nicht so einfach gehen. Oh, ich hab sogar eine GameCupid gebracht, Mann. Wie sieht das? Perfekt-Match. Süß. Guck mal, wir matchen perfekt. Sind das alles Computerspielchen? Weiß es gar nicht. Hm. Okay. Das kommt auf jeden Fall hier hin. Eine fluffy Decke. Ich mich hier einliste. Das sollte ja eigentlich alles gar nicht liegen. Kann ich das nicht aufräumen? Nee. Der Grundriss oben blinkt. Vielleicht gibt's da noch mehr. Oh. Ah, so kann ich schneller skippen. Ah, okay. Ah, ich glaub, es ist tatsächlich eine WG, ne? Ich glaub, es ist tatsächlich eine WG. Oh, wie, also ich muss ja sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht und wie oft ihr schon umgezogen seid. Ich hasse umziehen. Ähm, ich bin richtig anti gegen umziehen. Aber sagt mir gern mal, wie es bei euch ist. So, ja, ich bin das wieder die Gleiche. Deswegen auch wieder diese Malstiftchen. Ich mach irgendwas Kreatives. Irgendwas Kreatives mach ich da. Ich bin jetzt in eine WG gezogen. Habt ihr recht gehabt. Okay. Dann mach ich den Bäcker mal hier hin. So. Packen wir das alles hier hin. Ist das süß, ey. Mein kleiner iPod. Machen wir mal hier rein. Noch ein kleiner Kleiderbügel. Wenn doch umziehen und alles so leicht gehen würde, dann würde es, glaub ich, jeder tun. Und vor allem so schnell. Äh. Okay. Ach so, ich kann die Bilder auch da hinhängen, oder? Ah. Cute. Ihr könnt auch die Erinnerungen und Postkarten da hinhängen. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Es gibt tatsächlich, also meine Mama und so, die haben für mich halt voll viel Fotoalben gemacht. Und man macht es mittlerweile gar nicht mehr, weil man so leicht Fotos machen kann. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber es gibt teilweise keine Fotoalben mehr. Und ich finde, es stirbt halt aus. Und das ist halt eigentlich mega schade, weil es gibt nichts Cooleres, als nach langer Zeit mal wieder ins Fotoalbum zu schauen. Und auch, es erinnert mich gerade daran, weil jetzt hier die Figur, die wir spielen, ähm, so süß auf einmal hier diese Postkarten hängen hat. Mir fällt zum Beispiel auch auf, ich habe gar keine Bilder in meiner Wohnung. Ähm. Hängen. Ja? Fühlt ihr das auch? Echt traurig eigentlich. Deswegen macht mir Bilder. Was ist das? Ein Schuh? Aha. Also die Wäsche ist auch ein bisschen aufreizender geworden. Wir werden erwachsen. So. Ja, es ist auf jeden Fall wieder die gleiche Person. Oh, kack. So. Hängen wir mal alles auf, was geht. Sehr schön. Gibt nichts Schlimmeres, wenn du zu wenig Kleiderbügel hast. Okay, das kommt auf jeden Fall in die Küche, oder? Gibt es hier irgendwo einen Haken? Meine coole Schürze. Kein Haken. Skandal. Ein bisschen Sad Vibes, findest du? Ich finde das voll entspannend. Findest du, das sind Sad Vibes hier? Okay, eine Yogamatte. Ich mach ganz schön viel Sport. Ja, kann ich mal aufhören damit? Packen wir mal da unten hin. Schlafhose, Schlafanzug, noch mal Schlafhose. Die hat mehr Schlafanzugsachen an, als irgendwas anderes. Mülleimer. Das ist doch der, der aus dem Bad ist, oder? Die hat ja tatsächlich kein... Ach, die hat den Mülleimer. Dann benutze ich den jetzt einfach für mein Zimmer. So, und zwar... Zikaden hört man jetzt süß. Vielleicht packe ich das auch einfach hier oben hin. Mach das dann hier rein, so. Pop! Ja, schön rein da mit dem Sportzeugs. So, haben wir noch Bücher, 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 Bücher. So, die packen wir auch einfach alle hier rein. Plupp. Plupp. Ich bin mal gespannt, ob das es so annimmt. Der Wecker blinkt, muss gestellt werden. Macht dich das nervös? So. Ich hab neun Rechner. Geil. Boah, ey, die hat auch immer mehr, ne? Immer mehr, immer mehr. Schon wieder Unterhosen hier. Die Unterhosen hören nicht auf. Es sind zu viele Unterhosen. Dieses Buch ist auch schon wieder dabei. Das ist ja mein Speicheralbum. Ach, so süß. Das sind auch Bügel für die Hosen-Gnu. Hast du schon gesehen? Echt? Oh, very nicey. Dankeschön. Sehr geil. Dankeschön. Nabe ich mir wieder ein bisschen mehr Platz für alle anderen Sachen. So. Ich muss ehrlich sagen, die Person zieht ganz schön oft um. Da hätte ich keinen Bock drauf. Ich bin so ein Umzieh-Müffel. Muffel. Müffel. Büffel. Kein Platz mehr für meine Scheißschuhe. Mann. Verdammt. Zu viel Schuhe. Zu viel Schuhe. So. Hose kann man nicht mehr hängen. Die muss man jetzt legen. Legt ihr eigentlich lieber eure Hosen? Oder wie seid ihr so drauf? Alles da drauf knödeln. Oh ja, mein Schweini ist wieder da. Ist das süß, ey. Wo kann das denn noch hin? Ach, hier oben. Oh, ich habe irgendein Zertifikat. Oh Gott. So, rein damit. Sehr schön. Umziehen. Legen, 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 legen. Echt legen. Hosen? Ja, schon besser, gell? Ja. Ich glaube, das soll wieder hier unten hin, oder? Und dann passt die Tasche da auch noch hin. Bitte Tasche. Nee, Tasche passt nicht. Verdammt. Also, die Unterhosen-Sammlung ist auf jeden Fall groß geworden. Oh, der hässliche PC muss ja auch wieder irgendwo hin. Scheiße, wahrscheinlich muss der dann da unten rein, oder? Ja. Kacke. Kann ich hier nichts unter das Bett legen, oder so? Hm. Dann muss es halt so sein. Finde ich gut. So, jetzt haben wir hier alles fertig. Die Küche ist so unaufgeräumt. Ich kann es aber nicht ändern. Das macht mich ganz fettisch. Hm. So, dann legen wir meinen Stapel auch noch mit dazu. Damit es noch voller wird. Einfach alles dazu patschen. Das gefällt dir bestimmt. So. Oben. Was ist denn das? Hä? Was ist denn das? Keine Ahnung. Ach so, kleine Magneten. Oh, süß. Ich habe kleine Koala. Ah, ist ein Koala. Ich klicke mal auf den PC. Hab ich? Passiert nichts? Ein Magnet. Wie süß. So, Teller. Schale. Alles einfach dazu packen. Jetzt gehöre ich hier auch mit zum Haushalt. Sehr schön. Ich glaube, ich würde trotzdem meine Sachen alle extra stellen, weil ich keinen Bock hätte, dass sie mir jemand wegnimmt. Bin da schon so ein. Das kommt aber ins Bad, oder? Definitiv. Für mich hat es gar keinen Platz mehr hier. Drei leben hier drin. Das wird lustig, Leute. Gibt es noch genug Platz für meinen Toastie? Kommt ihr unten hin? So. Das kommt eigentlich ins Bad. Ab. Binden. Kommen auch ins Bad. So. Andere Mauspaste. Dann passiert ein Easter Egg. Okay, dann gucken wir uns das gleich an. Schneidi-Brett. Da brauche ich meine Kochschürze einfach hier oben hin. So. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich hier drauf drücke. Oh. Oh, süß. Er ist an. Er lädt gerade hoch, oder? Ich höre das doch genau. Ja, er lädt hoch. Was passiert da jetzt? Nichts. Gucken wir mal, ob wir den Fernseher auch anmachen können und die Konsolen. Ja, die Konsole geht auch an. Wie geil. Yes. Oh, das ist süß. Mario Kart. Mario Kart. Geil. Kann ich hier sonstiges Zeugs anmachen? Mein Waffeleisen? Nee. Okay. Dankeschön. So, dann muss ich noch meine letzten Sachen. Ich kann einfach meine Zahnbürste dazustellen. Oh, ist das lieb. Mein Rasierer. Oh, den darf aber keiner verwenden, ne? Ein Klipper. Ein Nagelklipper. Die sind ja überall. Ich würde... Ach, da ist ein Rasierer. Ich würde meine Sachen da nie einfach so dazulegen, ne? Ich hätte gar keinen Bock, dass da jemand meine Sachen verwendet. Da wäre ich dann schon ein bisschen eigen. Muss definitiv getauscht werden hier. Was auch immer das ist, ich lege es jetzt rein. So, die untere Schubrate von rechts gehört dir. Kannst mir nicht erzählen, dass da niemand meinen Rasierer verwenden wird. Definitiv wird das passieren. Ich weiß es und ihr wisst es auch. So, kann ich das hier irgendwo abstellen, mein Shampoo? Auf dem Boden. Ich bring wieder meine 10 Liter Shampoos mit. So, alles Shampoo. Okay. Es hat keine Platz für die OPs. So, hier hinten. Luftspray. So. Wundervoll. Gibt es hier irgendwas, was nicht im Reinen... Ah, hier noch. Windows XP, Leute. Hier ist alles dreckig. Die sollen das mal schön machen. Weil wenn ich ausziehe, muss ich ja erstmal wieder meine ganzen Sachen rausräumen. Und dann fehlt wahrscheinlich die Hälfte. Deswegen, ich mich da gar nicht so einrichten würde. Mit den anderen zusammen. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich bin mir, wie gesagt, immer noch nicht sicher, ob das nicht vielleicht doch einfach nur... Jetzt ein... Wir ziehen zusammen Paarverhältnisses. Süß, dass ich das einfach alles reinstellen. Das ist echt voll lieb. Das lieb. Ist das lieb. Oh mei, ist das lieb. Ah. Schon cute. Chicken. Baby Chicken. Das hat das irgendwo hier oben noch Platz. Wunderbar. Ja, sie ist wirklich hier eine Cosplayerin. Sieht was an der Perücke. Witzig. So. Jetzt gibt es hier noch ein paar Ungereimtheiten. Hier stimmt alles. Das ist witzig. Das sind wir mal richtig anzuschauen hier. Hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Hier. Die. Kört die hier einfach nicht hin? Oder muss die irgendwo rein? Nee, die gehört hier glaube ich gar nicht hin. Oder gehört die hier hin? Nee. Ich weiß halt nicht, was es sein soll. Und das gehört hier auch nicht her. Ist es dann... Sind es vielleicht hier doch Mülltüten? Ah, tatsächlich. Ich dachte, es wäre eine Binde. Und das gehört hier auch nicht hin. Und die Bürste? Hä? Gehört die Bürste vielleicht? Und der Clipper? Ach so. Okay, warum auch immer. Wo gehört denn das hin? Ich gehört in Schlafzimmer und ist Arbeitskleidung. Echt? Ach so. Jetzt. Dankeschön. Ah, der Mülleimer. Okay. So. Errungenschaft. Die Gefährten. Ich glaube, das war tatsächlich... Das war ein großer Tag. Ich bin todmüde. Aber man erfährt nicht, ob ich jetzt da mit jemand in der Beziehung bin oder was das ist. Das war 7. März 2007. Ist aber immer die gleiche Person. Jetzt kommt 2010. Drei Jahre später. Oh. Oh, jetzt haben wir aber abgeupgradet hier. Jetzt haben wir sogar einen Blick auf die Brücke, Leute. Und es sieht jetzt alles richtig edel aus. Kann es sein, dass ich da vorne in der WG war und jetzt zu meinem Freund ziehe? Könnte das sein? Weil das ist ja voll das Männerzimmer hier. Das heißt, ich ziehe jetzt zu meinem Partner. Ey. Ich will das jetzt wissen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wieder der kleine Rote. Ich will das jetzt wissen. Ja, die Figur. Ich habe alles wieder mitgenommen. Sogar die Figur war ganz picky wieder alles aus der WG mitgenommen hier. So. Nein, das legen wir da nicht drauf. Oh, ich habe auch eine kleine süße Gitarre. Oh, das ist aber lieb. Okay, die kommt dann hier hin. Meine Unterwäsche kommt hier auch hin. Oh, ja. Ja, ich habe ihn jetzt endlich... Ich habe eine Beziehung. Und er hat schöne... Oh, kann ich da meine Klamotten... Darf ich da einfach meine Unterwäsche mit reinhauen? Ey, der hat ja ganz schön... Ja, das ist mein Fach. Oh, süß. Oh, süß. Was ist denn das eigentlich hier? Ach, ich kann ja auch alles aufräumen jetzt. Dann ist es ja wirklich meins, oder? Oh, ein Skorpion. Kann ich den rausschmeißen? Das ist ja furchtbar. Das ist kein Minderzimmer. Das ist nur ein Gamerzimmer. Glaubst du? Das ist ihr... Ist es unser... Aber da ist ja der Schrank eingerichtet. Das heißt, hier lebt ja auch jemand anders. Mach mir diese Illusion nicht kaputt. Ah, ich kann das alles umbauen. Jetzt. Tatsächlich. Alles verschieben, wie ich es will. Mann, so viele Bücher. Es ist immer so, man kann dann Bücher nicht wegschmeißen irgendwann. Das hat immer so ein schlechtes Gewissen. Guck einfach mal hier. Was gibt es hier noch so? Schlafzimmer? Wohnzimmer? Ich habe tatsächlich echt kein eigenes kleines Büro mehr mit... Das ist aber jetzt verletzend. Ich habe kein kleines süßes Arbeitszimmerchen mehr. Ich muss ein bisschen Platz machen. Der hat sich ein bisschen fett gemacht in seiner eigenen Wohnung. Das geht gar nicht. Ich dachte auch am Anfang, dass ich und mein Freund uns gegenseitig zerfleischen werden, während wir uns um die Einrichtung gingen. Dabei war es gar nicht so schlimm. Also wir haben tatsächlich schon uns so hochgepusht, dass wir dachten, es wird so kacke, weil der hat so einen richtig sterilen Geschmack. Und ich halt nicht. Ich dachte schon so, oh Gott, das wird so knallen, wenn wir beide dann zusammenziehen. Das wird so eine Katastrophe. Weil ich halt dann mit meinen Plüschtiers komme. Ihr seht ja, ich zerstöre dieses schöne Zimmer gerade schon. Da kommen Plüschtierchen und so ganze Kacke dazu. Das wollen Männer nicht. Nicht alle. Und tatsächlich hat es dann so gut funktioniert, da haben wir uns umsonst gestresst. Also man muss manchmal einfach machen. Diese ekelhafte Decke, wie lange lebt die jetzt eigentlich schon? Die kommt jetzt ja auch schon seit 10.000 Jahren mit. Ich mag die Möbel, alles schwarz, sogar das Klo. Ja, es sieht sehr edel aus und ich müll es gerade so ein bisschen voll, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe aber auch kein schlechtes Gewissen dabei. Ich mache es einfach. Meine ganzen tausend kleinen Notizbüchchen, von denen ich mich all die Jahre nicht trennen konnte hier. Schrecklich. Noch mehr Bücher. Hör auf, Girl. Es ist wirklich fürchterlich. Kann ich es hier noch irgendwo reinstopfen? Ist wirklich schrecklich. Können wir sie nicht bitte stoppen? Ich möchte, dass sie damit aufhört. Es tut mir richtig leid, dass ich seine Wohnung so zumülle, ey. So. Hallo, Quinn. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich lese nachher alle Subs vor. Vielen Dank, Leute. Dankeschön. Mann, so viel Bücher und so wenig Platz. So. Boah, noch mehr Bücher. Oh, Mann. So, jetzt kommt mein Platz. Wo bin ich eigentlich überhaupt eingeplant hier? Ach ja, hier unterm Tisch. Gar nicht gesehen. Geil, danke. Noch mein Baby-Controller. Meine süße, kleine Ding kommt mit. So. Süß. Zelda. Das ist Zelda. Oh. Und Animal Crossing. Wie süß ich meine Sachen mitbringe. Und meine ganze Kükenarmee, Mann. So, hier. Da, Küken auf dem Boden. Schrecklich. Ist einfach, was ich hier tue. Ist einfach grausig. So, wo kommt die jetzt hin? Kein Platz, oder was? Yes. Geil. Schön eingerichtet. Das Plüschi-Küken muss aber noch irgendwo hin. Hier. Mehr Küken für alle. Es ist so furchtbar, was ich hier eigentlich gemacht habe. Also, Leute. Lasst mich niemals bei euch einziehen. Es wird schrecklich werden. Ich verspreche es euch. Niste mich hier aber auch einfach voll ein, oder? Es wird einfach sich so eingenistet. Ich weiß nicht, ob der das so cool finden würde. Aber wie macht man das auch? Wenn du mit jemandem einziehst? Dann brauchst du ja auch Platz. Egal. Wie alt bin ich jetzt eigentlich? Würde mich mal interessieren. Irgendwie brauche ich immer so lange, dass sogar die Musik ausgeht. Meine Unterwäsche hat sich auch voll geupgradet, oder? Ich bin jetzt auch schon so richtig... Was soll denn das sein? Ach so, die Computerspielchen und Stifte. Wo soll denn das alles hin? Oh nein, ich habe die ganze Kacke mitgenommen. Ich bin so ein richtiger Mensch. Ich kann mich von Dingen nicht trennen, glaube ich. Oh no. Oh, mein kleines Büchlein. Das muss auf jeden Fall wieder mit. Mein Speicherbuch. Meine Handeln kommen hier hin. Oh, hat sogar noch Platz für meine zwei kleinen erbärmlichen Handeln. Ist das süß. Schau mal. Ich habe mich bei meinem Freund auch einfach eingenisst und überall Haare verteilt, um mein Revier zu markieren. Das ist ja so geil, wenn du als Frau lange Haare hast und du siehst in den Haushalt von einem Mann ein, der halt so, ja, das ist noch nicht so gewohnt. Und auf einmal liegen überall diese langen Haare und alles verstopft. Und er denkt sich so, oh mein Gott. Oh, guck mal, ich mache das so süß. Guck mal, er ist so richtig, er ist so ein richtig cleaner Typ. Er hatte so richtig alles smooth, easy, nicht viel, alles aufgeräumt. Und dann komme ich und mache alles so mit so einem kleinen Schweinchen so richtig süß. Ist doch voll sympathisch, oder? Das ist echt sympathisch. Das ist richtig süß. So, ich mache meine Sachen hier hin. Ich komme! So. Ich glaube nicht, dass er das so toll findet, dass er mich hier so einlässt, aber es ist mir wurscht. Also dafür, dass ich eine Frau bin, habe ich echt wenig Klamotten, die ich hier mitbringe, oder? Das muss man ihr lassen. So. Kann mal ein bisschen Platz machen. Er hat aber auch gar nicht für mich mit sich vorbereitet, oder? Also er hat ja gar nicht geguckt, dass ich Platz habe. Habe ich ihn ermordet und breche gerade einfach ein, oder wie kann das sein? Und ich habe einen Kleiderbügel. Ich habe tausend Notizbücher und einen Kleiderbügel, Leute. Ja, so hängen wir da mal ein bisschen was hin. In dem Game geht es darum, dass du quasi so ein bisschen die Geschichte eines Menschen miterlebst, der halt umzieht und so ein bisschen von der Story erfährst. Finde ich ultra, ultra cute gemacht gerade. Und wir ziehen gerade bei unserem Freund ein und der hat keine Wahl. Ah, hier kann das hin. Über ein Scheißhaus. Sehr schön. Dafür habe ich Karriere gemacht. Und lassen ihm so eigentlich relativ wenig, beziehungsweise keine Wahl, wie wir uns hier einrichten. Die Taschi, die kann... Hm. Da hin. Nee, da kommen ja die Schuhe hin. Verdammt, ich habe keinen Platz mehr. So. Ich habe wieder die alten Latschen. Die kann man jetzt auch mal langsam wegtun. Die habe ich schon seit wie vielen Jahren? So. Und wieder meine Arbeitskleidung. Ach so, das ist tatsächlich meine Arbeitskleidung. Was arbeite ich denn? In diesem Kürbis. Das ist ja wirklich Maisch. Das hieß Leid. So. Auf geht's. Mal gucken. Ey, der hat so ein richtig fancy... Wann habe ich mich denn denn... Wann habe ich mir hier denn geschnappt? Ey, ist das der Gray? Ist das der Mr. Gray? Von, äh... Wann ist das nicht hier denn? Von Shades of Gray? Okay. Äh... Ich klatsche jetzt einfach mal alles zu hier. Ich finde, ich habe ein Recht zu existieren und hier zu sein. Deswegen mache ich das jetzt. Ja, genau. I-Card habe ich. So. Probier's. Gleich mal den Mann damit konfrontieren, was das einmal im Monat hier, äh... Schluss mit lustig ist. Stellen wir hier direkt mal drauf, damit er hier sieht... Oh, shit. So. Schön die Toilette voll klatschen. Mit ganz viel Schnickschnack und Pinky Winky und Dipsy und Lala und Po. Und Glätteisen natürlich. Stellen wir auch hier hin. Sagen wir mal, wer hier der Boss ist. Glätteisen auch. Vielleicht will ich ja während den Haarencamp mir eine Waffel machen. So. Mein kleiner Mülleimer. Der kommt hier hin. Den Mülleimer kann sie aber auch mal wechseln. Parfüm. Birschli. Ey, sag mal. Der macht aber auch gar keinen Platz für mich, der Typ, ne? Das reicht mir jetzt. Da kommt meine Birschte hin. Und mein kleiner Arzneikoffer. Den stelle ich einfach jetzt hier hin. Ist mir wurscht. So. Okay. Oh, süß. Was ist denn das? Okay. Dann versauen wir das hier auf. Mit meinem Shit. Die kann sich aber wirklich nicht von Sachen trennen. Komm, bei ihm ist alles so high class. Und dann komme ich mit meiner kleinen abgekackten Tasse, die schon längst kaputt ist. Egal. Rein damit. Das ist einfach nur süß. Das ist richtig so alles passend bei ihm. Das ist wirklich traurig. Was auch immer das hier ist. Ach, Salz und Pfeffer, oder? Sugar. 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 Kein Platz für meinen Sugar-Mann. So. Oh je. Der hat aber auch eine kleine Küche. Da passt ja gar nichts rein. Scheiße. Hier kann ich meinen Trieb nicht ausleben und meinen Kack irgendwo unterbringen. Der hat ja gar keinen Platz. Wohin mit meinem Öl? Somebody touch it my Spaghet. So. Ja, komm, dieses kleine Zeugs machen wir einfach hier unten rein. Was immer das sein soll. Gewürze wahrscheinlich. So, Knoblauchzehli. Da. Pupp. 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 So. Hm. Hm. Wo kommt das jetzt hin? Kein Platz. No space, my friends. Ah, doch, da oben. Oh je. Oh nein. Leute, ich bin hier, glaube ich, gar nicht berechtigt zu sein. Der Typ hat ja überhaupt keinen Platz für mich eingerechnet. So. So, klatsch. Klatsch. Da fehlt das A und das R. Wo? Kutsch. Oh. Kutsch. Oh. Oh. Verdammt. Das ist alles so. Nein. Oh. Nein, einfach nur. Mann. Es passt hier nichts rein. Der findet nichts mehr, nachdem ich da war. Das möchte ich hier nur noch mal festhalten. So. Der wird hier nichts mehr finden. Er hat alles so schön passend eingeräumt. Und dann kam ich. Ein Sieb. Wo soll das denn jetzt noch hin? Ich habe keine Ahnung. Seine Eiweiß-Scheiße braucht doch auch keiner, Mann. Hilfe. Es ist zu viel Ramsch. Ich stelle es jetzt alles mal hier hin. Dann habe ich nämlich so Geschirrtürchlein. Laptop. Äh. Oh nein. Kommt hier, glaube ich, gar nicht hin, oder? Äh. Hat das hier noch irgendwo Platz? Unter dem Tisch? Und mein Laptop? Der kommt ja bestimmt nicht in die Küche, oder? Keine Ahnung, wo das hingehen soll. Oh. Okay. Ein kleines Moodboard. Ach. Alles unter das Bett. So. Ah. Okay. Hier kann ich jetzt auch noch ein paar Sachen hin tun. So. Wo habe ich das jetzt her? Was ist das? Okay. Messer. Kommt ja wohl irgendwo hier rein. Leute. Hilfe. Es gibt keinen Platz in diesem Haushalt. Ich kann hier nicht leben. Wir müssen uns trennen. So. Ich muss mich trennen. Funktioniert so nicht. Der hat überhaupt nicht für mich aufgeräumt und prepared. Oh Mann. So. Hauptsache irgendwo hinstellen. Ich habe jetzt keine Lust. Das alles hier. Hallo? Ach so. Oh Mann. Katastrophe. Super. Leute. Auf dem Schrank geht auch nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Nein. Es geht nicht. Verdammt. Okay. Magnete sind immer gut. Die ganzen Magnete. Toaststoff. Nein. Wo soll das denn alles hin? Okay. So. Jetzt kann alles rot werden. Oh Gott. Wie komme ich da hinten ran? Was ist das denn überhaupt? Wo kommt das hin? Was ist das? Nee. Kommt das vielleicht? Ach, das kommt ins Bad. Nee. Wo kommt das hin? Oh Gott. Habe ich viel falsch gemacht. Das ist ja fürchterlich. Oh je. Der Typ wird mich verlassen. Ach so. Das kommt hier hin. Ja. Okay. Und wo kommt das hin? Wahrscheinlich hier rein, oder? Ja. Okay. So. Wo soll das hier rein? Es gibt einfach keinen Platz mehr. Ist so schrecklich, Leute. Kein Platz für Gnu. Okay. Dann muss das mal hier oben rein. So. Der Toaster kann hier bleiben. Alles kann hier bleiben. Außer das. Ach, das kann ich hier auch einfach hinstellen. Okay. Das muss auch irgendwo rein, glaube ich. Wo kam das eigentlich her? Ich habe keine Ahnung, wo das drin war. Ah ja, guter Punkt. Genau. Wie kann er die Teller starten? Guter Punkt. Ich vergesse immer, dass ich das jetzt bewegen darf. So. Okay. Das heißt, hier blinkt nichts mehr. Danke, Leute. Ich habe vergessen, dass ich ja alles antatschen darf. Okay. Was ist hier falsch? Ist hier irgendwas falsch? Ach, das hier. Ich weiß halt nicht, wo das hin soll. Wahrscheinlich muss das hier ins Schlafzimmer, oder? Ist das auch falsch? Kann das hier runter? Nee. Wo soll das alles hin? Montieu. Wahrscheinlich kommt das hier ins Zimmer, oder? Ja. Das kommt wahrscheinlich auch hier hin, denke ich mal. Weil es Entertainment und Gaming ist. Aber wir haben keinen Platz mehr. Wo soll das hin? Dann klatsche ich das jetzt einfach da alles drauf. Oh je, Leute. Muss hier mal ein bisschen schlichten. Man muss tatsächlich am Anfang echt gucken, dass man die Sachen irgendwie hinpresst. Ach so, das kann hier gar nicht hin. Wo kommt das denn dann hin? Was soll denn das sein? So eine kleine Memo-Moodboard. Kommt das etwa... Ach, das kommt wahrscheinlich in die Küche, ne? Wollen wir damit... Nee. An den Kühlschrank geht nicht tatsächlich. Ah, doch. Ah, danke schön. So, das Bild im Bad ist auch noch falsch. Das muss auch noch irgendwo anders hin. Aber wo soll das hier noch hin? So. Dann kommt... Das alles. Das ist alles komplett falsch. Die Frage ist, wo soll ich das hinpacken? Das hat ja keinen Platz für mein Bild. Es gibt hier nirgendwo Platz für mein Bild. Das Bild, das keiner will. Hm. Hm. Oder muss ich tatsächlich... Oh, ich muss unter das Bett tun, weil es keinen mehr interessiert. Oh. Die Sachen müssen wahrscheinlich alle rein, oder? Oder muss ich die in die Dusche packen? Oh je, die müssen alle in die Dusche. Okay, es könnte jetzt ein bisschen eng werden, aber das ist ja nicht schlimm. So, geil. Fertig. Die Binden dürfen wir dort auch lassen, weil das symbolisiert ihm, was hier gerade geschehen ist. So, ich bin eingezogen. Geil. Yes. Hier gibt es kaum genug Platz für eine Person. Ja. Errungenschaft, einfach cool. So, ich habe jetzt einen Partner. Es kommen Kinder, oder? Zwölf. Zwei Jahre später, oder? Ja. Wir sind jetzt eine Family, kann es sein. Ja, das bin wieder ich. Wir ziehen schon wieder um in ein Haus, oder wie? Aber irgendwie sieht es doch jetzt... Oder sind... Ach, kriegt jetzt das Kind meine Sachen, oder wie? Oder interpretiere ich einfach zu viel rein in den Senf? Zieh mal das Bild. Ja, das heißt, wir sind jetzt eine Family geworden, oder? Der Typ hat es wirklich mit mir ausgehalten. Nachdem ich mich so eingenistet habe. Es gibt zwei Badezimmer, ja. Wir sind jetzt... eine Family. Ist das cute. Dass der überhaupt noch geht, der iPod hier. Der ist sehr verrückt. Ich muss immer wieder die Bilder mitnehmen. Es ist süß. Meist ist lieb. Meist ist lieb, du. Lass mal den Grundriss anschauen. Okay, wir haben also tatsächlich zwei Kinder. Ein Ehebett. Wir sind eine Family now. Aber wie war das? Fünf Jahre später? Ich weiß es gar nicht, wann das passiert ist. Die Musik ist so traurig. Ist doch eigentlich ein Grund, happy zu sein, oder nicht? Jojo. Genau, mittlerweile hat man Laptops. Hat sich sogar angepasst. Und die Stifte schon wieder süß. Und diese eklige Skorpion, den packe ich jetzt hier unten, diesen Mistkäfer, in den Schrank, damit er in Vergessenheit gerät. Schluss jetzt damit. Oh, das Schwein. Das sieht schon langsam kaputt und mitgenommen aus. Und Karate-Gürtel habe ich. Süß. Ist lieb. Hallo Glutella, grüße dich. Und die lila Tasche immer noch. Ich glaube, wenige Menschen, oh, die kleine Ukulele, haben so viele Sachen immer noch, wie diese Person. So über so viele Jahre. Das ist voll süß. Ich räume erstmal alles aus. Dann kann man das nämlich nachher alles schön... Oh, und mein süßes kleines Hühnchen natürlich. Und das kleine Chicken dazu. Und natürlich kommt das auch noch. Oh mein Gott, jetzt kommt die ganze Entenfamilie wieder raus, ey. Oh, eine kleine Wärmflasche. Süß. Und mein Buch. Und noch eine Ente. Ein Küken. Fisch, das siehst du. Mei, ich stieß lieb. So, Radiergummi. Stiftis. Notizblöckchen. Und die Bilder. Kann ich die nicht aufhängen? Doch, bestimmt. Äh, nee. Tatsächlich nicht. Was sind das? Kann man hinhängen? Ich lege das mal, wie gesagt, alles mal hier drauf. Ach, das sind meine kleinen Computerspiele. Weil ich gerade nur nicht weiß, wo was hin muss. Und ob das Sinn macht, das jetzt alles einzuräumen, wenn man es am Endeffekt dann eh ausräumen muss. Mensch, das ist so viel Ramsch hier. Und das Tamagotchi, das muss natürlich raus. Weiß es überhaupt noch geht. So. Und die Ukulele möchte ich da hinpacken. Hm. Ah, sie wirkt wieder so, als würden wir wieder wo einziehen, oder nicht? Kommt ja wieder alles in die Dusche hier, oder? Ich hab immer noch die gleichen Seifen. Das ist immer noch das Gleiche. So, wir haben in die Küche. Zur Küche komm ich grad noch gar nicht. Ach, zur Küche kann ich noch gar nicht. Okay, warum? Ach so, weil das hier gerade... Ah, okay, verstehe. Parfüm. Immer noch das Gleiche, wie damals, von vor 10 Jahren. Platteisen. So. Klipper. Noch ein Klipper. Und mein Rasierer. Ähm... Was ist das hier? Ah, Waschmittel. So. Ja, wir spielen heute noch was anderes. Aber ich möchte diese Storyline hier auf jeden Fall mal durchkriegen. So. Man kann nicht genug Waschmittel haben, Leute. Was ist denn das? Auch wieder ein Parfüm. Tampons. Whatever. Ich weiß gerade noch nicht, was wozu... Wohin gehört. So. Also, das hier unten, das wollen sie natürlich nicht. Oh Mann, dann stelle ich es mir halt hier hin, wenn es sein muss. So. Der Rasierer darf auch nicht auf dem Boden liegen. Das ist eine Todsünde. So. Was passt hier noch nicht? Seht ihr hier noch irgendwas Rotes? Ah, das Bild. Hä? Wo muss das denn dann hin? Wo muss denn das Bild hin? Ins Bad? Stimmt nicht. Ach so. Und das Bett, weil es mein Lover ist? Nee. Leute, ihr denkt so falsch. Oder hier das Kopfkissen? Nee, auch nicht. Hä? Ich weiß noch nicht, ob die Gamescom dieses Jahr stattfindet. Aber wenn, werde ich auf jeden Fall da sein. In den Schrank. Meinst du? Das ist mein Ex. Ja. Ach, das darf keiner sehen. Süß. Ach, ich habe jetzt von meiner Mutter wahrscheinlich die Sachen bekommen, oder? Das Zimmer ist mir früher größer vorgekommen. Ach so. Bin ich wieder ins Elternhaus meiner Eltern zurück? Hausmannskost zurückgezogen, oder wie? Das Game ist mega entspannt, gell, Andi? Finde ich auch. 2013. So. Okay, weiter packen. Ich klatsche es mal ab, dass er auch immer noch die gleichen Sachen überall hat. Ich finde es so geil, wie sie konsequent einfach alles hier mitnimmt. So, Statuen, alles kommt oben hin. Lass mal gucken, wie die Umrisse sind. Das ist jetzt eine eigene Wohnung. Spiele ich jetzt die Kinder? Erben die sich das immer weiter? Not sure. Natürlich die Controller, Leute. Das Wichtigste vom Wichtigsten. Ach, jetzt gibt es sogar schon eine Wii. Wie witzig. Wir sind jetzt schon bei der Wii angekommen, Leute. Ich finde es voll sympathisch, dass die immer zocken. Voll süß. Ja, es kann nicht genug Games geben. Das ist so richtig süß. Okay, dann komme ich mit einer Geschenkbox für dich. Ey, ich freue mich so. Ich hoffe, dass nächstes Jahr die Gamescom stattfindet tatsächlich. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass sie... Also sie wird auf jeden Fall eingegrenzt stattfinden. Also ich glaube nicht so volle Pulle wie die anderen Jahre. Aber ich würde mich wirklich mal freuen, auch vor allem euch wiederzusehen. Das fände ich schon sehr, sehr schön. Papierkörbchen. Tun wir mal hier hin. Ah, okay. Verstehe. Oh, wir sind jetzt Oma. Oh, wir sind jetzt alt. Oh, süß. Deswegen der Stock. Oh. Und wir zocken immer noch und haben immer noch unsere Plüschtiere, oder wie? Oh. Das wäre ja richtig sympathisch. Und wir zocken noch Wii. Wie süß wäre das denn? Und die Chickens wieder. Ey, das ist ja richtig goldig. Mei, ist das süß. Und die ganzen Spiele. Ey, wir haben schon richtig viele Spiele. Seht ihr? Wir haben schon richtig viele Spiele gesammelt. Und der Receiver. Ja, der sollte halt vielleicht hier hin. Achso, hier habe ich auch noch Platz. Aha. Okay, I see, I see. So, rein damit. Knödeln. Was ist das hier? Keine Ahnung. Bücher. So. Jetzt kommt wieder das Lied. One day baby will be old. Oh baby will be old. So ein trauriges Lied. Ey, wie viele Spiele haben wir mittlerweile? Das sind richtige Zockersenioren. Hier ist noch eine Kiste. Oh, das ist so süß. Oh, mein Ukulele. Was ist das? Whatever. Bücher. Bücher. Dass wir aber auch nur Sitzkissen haben, ne? Hast du hier nicht noch irgendwas rein, bitte? Scheiße. So. Hopp. Hallo, Eischtee-Hamster. Ich lese nachher alle Subs vor. Vielen Dank, ich stinke jetzt. Hm, schwierig. Wo packe ich das denn alles hin? Immer noch die gleiche Bürste. Immer noch das gleiche Glätteisen. Sind wir jetzt Oma und Opa? Glaub schon, oder? So. Echt immer noch das gleiche Zeugs. Aber eine Zahnbürste hat sich schon geändert von der Farbe. Das wäre dann zu abartig gewesen. Ich hab jetzt erst dazu geschaltet. Sorry, wenn ich noch nicht frage, wenn kommt der zweite Teil von André? Von Jandere? Und André? Äh, heute. Tatsächlich. Heute. Er ist grad schon hochgeladen worden. Freut mich, dass ihr da so hinterher seid. Und da so Bock drauf habt. Waage. Bei Waage bin ich echt immer so zwiegespalten. Ja, ich find Waagen wichtig, um sein Gewicht vielleicht irgendwie zu kontrollieren. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich hab mich immer nur dann gewogen. Aber ich hab ja noch meine Binden. Das heißt, ich bin noch nicht in den Wechseljahren. Also so alt sind wir noch gar nicht. Ähm. Ich hab mich immer erst dann gewogen, wenn ich gesagt hab, so jetzt fühl ich mich wohl. Das ist mein Wunschgewicht. Und nicht so oft wiegen. Weil sonst macht man sich nur verrückt. Das ist ganz wichtig. Ich bin noch jung und knaggig. Ja, aber wir hatten doch jetzt vorhin... Sind wir doch in unser Elternhaus zurückgezogen. Ich versteh's grad nicht so richtig. Oder? Wir sind doch vorhin in unser Elternhaus zurückgezogen. Hatten zwei Kinder. Und jetzt sind wir doch schon alt. Oder nicht, Leute? Weil ich mich getrennt hab. Ernsthaft? Ach, deswegen bin ich in mein Elternhaus zurückgezogen. Weil ich mich getrennt hab. Ernsthaft? Das ist ja richtig sad. Nee, das war ein Bild von deiner Familie. Ich hab mich getrennt. Traurig. Scheiße, jetzt bin ich ja voll gedowngradet. Da war die Musik auch so sad. Oh nein, ich hab mich getrennt. Oh. When you tried your best, but you don't succeed. Das Spiel macht's echt traurig, ne? When you get what you want. Boah, ich hab mich getrennt. Traurig. Oh, meine Wärmflaschi. Macht sogar Geräusche. Oh, das ist sad. Ich hab mich getrennt. Oh nein. Was ist denn das? Hey, dieses Unterhosengefimmel. Kannst du die nicht einfach einmal reinkrapschen und reinschmeißen, wie es jeder andere Mensch auch tut? Einfach reinkrapschen und let's go. Oh Mann, ey. Jetzt sind wir immerhin wieder on the same page, was das Spiel betrifft. Was die ganze Zeit gesagt hat, oh, sind wir jetzt ne Omi? Ja, wie unangenehm. Wir sind halt einfach mal getrennt. No. Oh, ist das traurig. Ich stelle mir noch ne einsame Kerze hin. Ne Einsamskerze hier. Die mach ich dann an und mach so, hüh, ne Nacht. Hüh. Noch ne Einsamskerze. Ach du Scheiße. Ganz viel Einsamskerzen. Oh Gott, das müssen wir uns aber nicht bemitleiden. Jetzt ist Schluss. Leben geht weiter, Mensch. So. Äh, noch ein Kleiderbügel. Und dann hängen wir das Kleid hier auf. Hallo. Kleid. Dann halt nicht. Okay. So, die Musik ist jetzt auch so ein bisschen happier. Sie macht so ein neues Live. Denkt sie so, hey. I'm single. All the single ladies. All the single ladies. Gibt es eigentlich mehrere Geschichten oder spielt man nur eine Geschichte? Wisst ihr das? Ach, deswegen. Die ist vorhin zu ihren Eltern zurückgezogen. Oh mein Gott. Ich habe so nicht gerafft. Ja, girl. Zieh dich ein bisschen schicker an. Dann läuft es wieder. So. Hi. Hallo an alle. Wir spielen ein trauriges Game, welches ich nicht geschnallt habe. Ich bin so in Aufräume waren, dass ich es gar nicht geschnallt habe. hat er uns doch rausgeschmissen. Da waren ihn die Binden wohl doch zu provokant auf der Toilette. Hat er die Provokation, hat er verstanden. So. Boah ey, aber die zieht schon echt oft um. Muss ich sagen. So. Meine Unterhosen sind auch nicht mehr so on Trab. Warte, wie viele Unterhosen hast du? Oh, eine LGBTQ-Unterhose. Süß. Ich weiß nicht, was das ist. Ich packe das da jetzt einfach mal rein. So. Der fehlt noch. Ey, wehe. Die trennt sich noch zehnmal. Dann endet das Spiel ja nie. Immerhin nehme ich meine ganzen Sachen immer wieder ganz stolz mit. Krönchen richten und weitermachen, Girl. So. Meine Malabteilung hat sich aber auch ganz schön erzehnfacht hier. Ich glaube, die sollte ich lieber hier reinpacken. Die hat ja tausend Notizbücher, die sie nicht wegschmeißt. Das wissen wir ja schon. So. Deswegen war die Musik so sad. Also, ihr habt es sofort geschnallt und habt mir nichts gesagt. Und ich dachte schon, wir sind jetzt so gut Zocker-Opas geworden. Ich denke halt so positiv am Leben. So. Der Wal ist scheußlich. Absolut scheußlich. Von wem denn trennen ist die Single? Und es ist ja auch schon 2013. Also, so viel wird nicht mehr kommen. Wieso? Wann sind wir denn geboren? Wann haben wir denn mit dem Spiel gestartet? Wisst ihr das noch? Wie alt war sie denn? Oh Gott. Wisst ihr das, wenn wir gestartet haben? Wird alles immer moderner. Witzig. 90. Na gut, Likey. Also, Menschen werden halt nicht nur 30. Jetzt hat er es. 1997, oder? Ja. Jetzt haben wir wie? Jetzt haben wir 2000 was? 20 Jahre später? Also, wir leben schon noch eine Weile, hoffe ich. Oh. Bin ich Lehrerin oder warum habe ich so viele Kinderbilder? Es ist 2013. Okay. Und es war 2007, 1997. Ja, also, da sind wir doch noch nicht alt. Da fängt das Leben doch gerade erst an, schrecklich zu werden. Ich glaube, bei 2021 ist Schluss. Ich glaube, 2021 ist Schluss. Nein? Wieso glaubst du das? Achso. Ja, verstehe. Verstehe deine Logik dahinter. Die möchte ich aber jetzt nicht unterstützen, weil ich möchte, dass das Spiel noch nicht endet. Wie viele Bilder ich mittlerweile habe. Oh, wieder das grausige Bild. Oh, eine süße Staffelei. So. Time is ticking. Mülleimer. Stressball zum Squishen. Ich glaube, das kommt auf jeden Fall ins... ins Bad. Hier, denke ich mal. Oh Gott, die Küche ja auch noch. Ja, solange meine Logik verstanden und wenn es okay ist. Aber immerhin haben wir jetzt endlich eine leere Küche, in der ich einpacken kann, was ich will. Und ich das Problem habe, dass ich es mit irgendjemandem teilen muss. So. Was habt ihr jetzt davon? So. Ganz traurig mache ich das jetzt alles. Also an alle, die gerade eine Trennung hinter euch haben. Oder vor sich. Oder mitten drin seid. Es kann nur besser werden, wenn es vorbei ist. Also nicht, dass es besser wird, weil ihr getrennt seid. Sondern der Schmerz. Anfangs ist es ganz arg schrecklich und schlimm. I know. Hatte ich auch schon alles durch. Aber es wird besser. Und dann geht es euch wieder gut. Und dann... Ich glaube tatsächlich, bei einer Trennung muss man gucken, dass man dann auf sich achtet und ganz viel für sich macht. Weil dann das Selbstwertgefühl ja auch voll drunter leidet. Erstmal vor allem, wenn mit einem Schluss gemacht worden ist. Und ich kann euch nur empfehlen, hört auf, die Person in Social Media oder sonstigen zu stalken. Sonst kommt ihr nie über die Person hinweg. Ich weiß, wovon ich rede. So, ich packe das mal alles hier rein. Diese ganzen kleinen Sachen, die kein Mensch braucht. So, was auch immer das hier ist. Mich ändert die Musik ein bisschen an Doki Doki Lecture Club. Euch auch? Ach, deswegen musste das Bild von ihr auch in den Schrank rein, ne? Weil sie sich getrennt hat. Ich verstehe. Hallo an alle. Schön, dass ihr da seid. Deswegen musste das... Ah, jetzt verstehe ich. Deswegen musste das Bild unter das Bett oder unter den Schrank, weil sie sich getrennt hat. Und sie hat es nicht verkraftet. Oh, ist das traurig. Äh. Äh. So, zack. 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 Upp. Endlich Platz. Dankeschön, Bexis. Ich lese nachher alle weiteren Subs vor. Dankeschön. Na ja, Leute. Ich war auch mal jung. Ich habe auch gehofft, dass ich mit meiner ersten Liebe zusammenbleibe. Bei manchen klappt es auch, aber nicht bei allen. Und das ist ja dann auch... Und ich habe einfach in meinem Leben gelernt, dass es eigentlich immer besser wurde. Muss ich ehrlich sagen. Wieso geht es da nicht rein? Jetzt... Jetzt nervt mich nicht! Gibt es doch nicht. Man weiß halt immer besser, was man will. Ja, das kann ich euch sowas von bestätigen. Ihr werdet immer mehr wissen, was ihr wollt, was ihr nicht wollt. Und deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, mehrere Partner zu haben und sich dann umzuentscheiden. Und zu sagen, nee, passt halt nicht. Dann ist es halt so. Und ihr werdet auch darüber hinweg kommen. Und ja, ich weiß, es ist immer die große Liebe und es ist immer dies und das. Es gibt so viele Menschen auf der Welt. Ihr werdet sicherlich noch jemanden finden, der noch besser passt. Und dann denkt bitte darüber nach, wenn ihr wieder glücklich vergeben seid, was ich euch gesagt habe und wie ihr drauf wart, als ihr euch frisch getrennt habt. Das wird sowas von falsch sein. Remember my words. Ey, wie viele Freundinnen habe ich schon therapiert über Monate lang. Weil die die ganze Zeit Liebeskummer und Herzschmerz und oh, hoffentlich meldet er sich. Oh, ich glaube, er meldet sich. Glaubst du, er meldet sich? Ich so, ich hoffe, er meldet sich nicht, Mann. Und dann, kaum hat sie einen neuen gehabt, war es vergessen. Und ich dachte mir so, Alter, du hast mich so gestresst. Ich möchte dich daran erinnern, wie sehr du rumgeheult hast wegen dem. Und jetzt ist er dir scheißegal. Am schlimmsten sind die Leute, die du monatelang therapierst. Und es bringt nichts. Kennt ihr ja bestimmt alle. Ihr habt bestimmt alle so diesen einen Freund oder Freundin, die ihr monatelang therapiert und sagt, nein, 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 tu es nicht, tu es nicht. Und dann machen sie es doch wieder. Und du denkst euch so, oh. Warum geht es da nicht rein? Das macht mich so fuchsteifes Wildmensch. Ich hatte noch nie einen Freund. Ich wurde nur mal abgewiesen. Das wird dir noch öfter passieren. Ist nicht böse gemeint, aber das passiert uns allen. Was ist denn das? Wieso passt das hier nicht rein? Hä, was soll denn das sein? Ich verstehe nicht, was das sein soll. Das ist auch nicht. Das ist was fürs Bad. Das sind Streichhölzer, oder? Bom, bom. Fuchsteifes Wildmach mich solche Leid zu. Da kann ich echt durchdrehen. Ich meine, ich bin auch jemand, wenn es erstmal Trennung ist, dann heule ich auch erstmal rum und bin traurig. Aber dann geht es auch irgendwann. Hä, wo ist denn das hin? Ist das falsch? Muss das ins Schlafzimmer? Oder auf den Schrank? Ich habe kein Bett. Ah doch, hier. Ah. Ah, die Kerzen kommen bestimmt ins Schlafzimmer, oder? Nein. Scheiße. Ach, witzig, ich kann es einstellen. Wo kommt denn das hin? Muss ich das irgendwo reinpacken? Kann man das auch hinhängen? Kann man das auch hinhängen? Ah, es kommt hier hin. Ich kann den Backofen nicht öffnen. Das ist das Problem. Sonst hätte ich die auch reingeschoben. Das geht nicht. Ah, ich kann die hier oben draufstellen. Okay. Okay, okay, okay. Ich muss das vielleicht einfach hier reinpacken. Ich muss das vielleicht auch einfach hier irgendwo reinpacken. Ah, okay. Jetzt muss nur noch der Topf rein. Danke, Leute. Ja, ich bin in der Beziehung. Tatsächlich. Passt halt wirklich hier nicht rein. Das ist echt faszinierend. Ah, hier rein. Nein, auch nicht. Ah, jetzt. Da ist es okay. Okay, das musste sonst immer verpackt werden. Aber okay. Okay. Hier ist nix. Hier passt aber irgendwas noch nicht. Das war ja klar. Hm. Wo kommt das hin? Wahrscheinlich hier unten rein, ne? Kann das sein? Oder da hin? Ah, hier, ein Haken. Ne, geht tatsächlich nicht. Hä? Der hängt sich nicht hin? Äh. Okay. Man kann es nicht hinhängen. Nee, kann es tatsächlich nicht an den Haken hängen. Seltsam. Oder gehört es dann so hin? Nee, ich kann es nicht an den Haken hängen. Es ist ja komisch. Hä? Das ist aber ein Fehler, oder? Das ist sicher ein Bug. Oder ist das eine Decke? Nee. Und was ist das hier? Okay, also irgendwo muss das noch hin. Auch nicht hier. Auch nicht hier. Vielleicht ins Wohnzimmer? Nö. Also das muss an den Haken. Definitiv. Hm. Nee, das hat schon gepasst. Das hat schon gepasst. Brotdose? Ich glaube, ihr habt schon recht, dass es da hin muss. Aber es passt halt irgendwie nicht. Ah, jetzt. Jetzt geht's. Okay, war ein Bug. Komisch. So. Phönix, der wieder aus der Asche ersteht. In Ruhe ein Bad zu genießen. Das hat mir gefehlt. Ja, ja. Die Singles. 2015. Oh. Oh, wir haben uns ja schön eingerichtet hier. Aber was ist das hier? Wir haben uns ja richtig schön eingerichtet jetzt. Oh, wir haben jetzt jemanden, der zu uns einzieht. Kann es sein? Ist es schon wieder so weit? Ich glaube, wir haben jemanden, der zu uns einzieht, Leute. It's getting cereal. Ich glaube, da kommt was Neues. A new boyfriend entered the dark room. Ja, ich glaube, da ist was im Argen, Leute. Da ist jemand Neues eingezogen. Oh no. Ich muss den jetzt wieder einrichten. Ey, wehe. Du bleibst mit dem nicht zusammen. Das ist ein ganz anderer Druck, den ich hier jetzt aufbauen. Die Pflanze ist süß, die er mitgebracht hat. Cute. So. Okay. Oh, es ist ein anderes Mädel. Interessant. Make-up. Das Geräusch. Süß. Ich habe einen Girlfriend. Das ist ja ultra süß. Das ist ja ultra süß. Ich habe ein eigenes Girlfriend jetzt. Oh, sie hat ganz viel Produkte mitgebracht. Scheiße. Zwei Frauen bedeutet noch weniger Platz. Kacke. Aber es ist süß. Oh, der hat auch die besten Shampoos. Ich packe mal alles hier hin. Ich muss mal gucken, mit wie viel ich hier rechnen muss. Okay, sie hat einiges mitgebracht, Leute. Oh, mein Gott. Ey, das ist ja richtig süß. Süß. Sogar einen zweiten Haken hingemacht. Und Tissues. Und Kamm. Okay. Ich räume erstmal alles aus, um zu gucken, was hier alles rein muss. Wird ihre eigenen OBS mitgebracht. Sie meint es ernst. Okay, das hier passt auf jeden Fall nicht. Oh, jetzt wird es eng. Es wird eng, Leute. Die Tissues, wo packe ich die hin? Verdammt. Sie hat zu viel Stuff mitgebracht, Leute. Es gibt keinen Platz mehr. Okay. Voll die Gefühlsachterbahnen. Oh, no. Trennung. Ja, neun Freund. Oh, no. Zwei Mädels. Kein Platz. Aber wirklich, gell. Das ist voll süß. Freut mich voll, dass jetzt jemand neun hat. No, süß. Guck mal. Guck mal, wie süß. Ganz schlanke ist es. Oh, süß, Mann. Oh, süß. Wir haben uns wieder, Winnie the Pooh, wir haben uns wieder gefunden. Wie süß. Oh, das ist ja super cute. No, Zucker, Zucker. Oh, das ist so lieb. Das ist so lieb. Du kannst sogar meine Behaars tragen. Oh. Wir haben die richtige. Ist das süß. Ich packe das jetzt mal alles rein. Bei Unterwäsche, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin die Erste, die ihre Unterwäsche einfach reinschmeißt. Ich habe da keine Ordnung drin. Ich wühle dann wie auf so einem Wühltisch immer. Die hat richtig viel Kuscheltiere und Pflanzen. Okay. Okay, ich weiß gerade noch nicht so recht, wohin damit, aber es ist süß. Guck mal, sie haben Pflanzis. Ich würde die halt auch mal eigentlich voll gerne sehen, die Leute. Pflanzi. Kann die auch hier auf den Tisch. Oh, den süßen kleinen Rucksack hat die in Pink. So süß, dass die so kleine Sachen dabei hat, gell? Voll süß. Guck mal, so ein kleines Notizbüchlein hier. Noch einen Kleiderhaken. Jetzt wird es langsam eng. Oh. Das Girl hat Style. Das ist ein richtig süßes Spiel. So, schön. Hösele. Das falten wir. Die trägt nur... Komm, wir tun Unterhosen mixen. So, dann packen wir das hier einfach noch. Das macht mein Laptop hier im Schrank. Ist das süß. Aber das seht ihr, Leute. Das Spiel symbolisiert, das Leben geht weiter. Das Leben geht immer weiter. Okay, keine Ahnung. Und das Walkie Talkie. Ich lege das mal hier hin bei den Sachen, wo ich nicht weiß, wo sie hin müssen. Und das Leben kommt oft so, wie man es nicht denkt. Das heißt, planen ist auch immer so eine Sache. So. Dahin. Langsam wird es eng vom Platz. Oh no. Oh no, sie bringt immer mehr mit. Ich weiß nicht mehr, wohin damit. Es ist eine ganze Schminkbox hier. Ach du Scheiße. So. Jetzt reicht es mal. Kopfhörer. Ich habe keine Ahnung, ob es hier hin muss. Ich glaube tatsächlich, dass es hier hin muss. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Das ist voll das süße Spiel. Es erzählt eine Story. Wir waren gerade getrennt. Jetzt haben wir auf einmal wieder eine neue Partnerin. Und die zieht gerade bei uns ein. Und sie hat einfach zu viele Schuhe, Mann. Und ich weiß nicht, wohin damit. So, keine Ahnung. Wir kriegen das schon hin. So. Jetzt ist das... Hier liegt noch ein Schuh, verdammt. Äh, so. So, alles mal untergebracht. Ich muss erst mal mich ordnen und gucken, was sie noch alles mitgebracht hat. So. Die kommt auf jeden Fall hier hin. Das ist süß. Oh nein. Mädchen. Warum tust du mir das an? Verdammt. Wir haben keinen Platz mehr. Nein, nicht noch mehr. Nein, um Gottes Willen. Stop it. Stop it. Oh Gott. Reiskocher. Okay, das Mädchen weiß, was sie will. Das ist sehr gut. Pomp. Wie ich den hingepflatscht habe. Richtig schwer. Richtig schwer. Kleines Kaffeetestchen hier. Dann hier noch eine. Und dann noch eine. Ja. Ich glaube, das wird alles nicht funktionieren, Leute. Oh Gott, wir sind zu groß. Oh Gott, das wird nicht funktionieren. Oh je. Ich sehe es schon. Es wird gleich alles blinken. Komm, die hat auch kleine Anhängerchen hier. Wie süß. Der ganze Kühlschrank ist voll. So. Stopp. Noch ein Magnet. Was zur Hölle ist das? Ich habe keine. Ach so, eine Schüssel. Ich packe jetzt mal alles irgendwo hin, weil ich muss gerade gucken, wie wir das hier so weifen. Weil es wird eng. Und zwar wirklich eng. So, jetzt. Wohnzimmer, Leute. Ah, wir haben einen weiteren Schrank geholt. Das ist aber nett. Oh, die schöne Pflanze ist hier überall. Schaut mal, wie süß, Leute. So. Sie hat das wahrscheinlich extra viel mitgebracht. Ganz viel Deko, Leute. Es kann nicht genug. Da denken sich alle Männer so, blääh. Blääh. Zu viel Deko. Gibt es da eigentlich auch mehrere Spiele? Also mehrere Runden oder ist es so die einzige Runde, die man spielen kann? Oder, oh, hat die viel mitgebracht. Oder gibt es da noch mehr? Also gibt es da noch mehr Levels von verschiedenen Leuten? Andere Stories? So. Luda, dankeschön für sieben Monate. Oh Gott, das hört gar nicht mehr auf hier. Auf Fenstersims stellen? Das ist eine gute Frage. Ja, tatsächlich, kann ich. Cool, dass du es sagst. Dann werden eigentlich die Blumen da noch schöner, gell? Oder wolltest du das nicht? Wolltest du, dass ich das tue oder eher nicht? So, das kommt dann hier hin, da hin. Auch eine Zockerin, sehr gut. So. Ach, du Scheiße. Also mit sowas würde ich mir schwer tun. So, noch ein Töpfle. So. Jetzt wird uns wahrscheinlich alles angezeigt, was irgendwie falsch ist. Okay, das muss auch irgendwo hin. Die Waage hier hin. Dann passt hier tatsächlich alles. Cool. So, hier haben wir jetzt einiges, was nicht passt. Ah, das kann ich auch da oben hinstellen. Oh. Cute. Und das? Ah, aber der Schuh darf hier nicht sein. Und der darf hier oben auch nicht sein. Das gehört sich nicht, Leute. Ich weiß aber nicht, wo er hin soll sonst. Das geht anscheinend klar. Interessant. So, und die Walkie Talkies, wo kommen die hin? Sag bloß, jede bekommt eins in den Nachtschubkästchen. Oh Gott. So, hier passt auch alles. Und in der Küche haben wir noch so ein bisschen Wehwehchen. Oh je, wo soll denn das alles hin? Wohin? Ich habe keinen Platz mehr. Nein. Bitte nicht. Ich weiß nicht, wohin mit der Scheiße. So. Oh Gott. Wohin damit, Leute? Habt ihr eine Idee, wo der Kreiskocher hin soll? I don't know. Kühlschrank geht nicht auf. Tisch geht nicht. Nee. Okay, hier wäre also okay. Ist ja voll umständlich, aber hat funktioniert. Yes. No. Freue mich auf neue kulinarische Abenteuer. Liebe Süß. Süß. 2018. Oh. Mhm. Okay. So, Haus ist süß. Ja, sie ist noch da. Es ist sie noch. Yes. Wir sind noch zusammen. Ja. Es ist süß, wenn man das auspackt, dass man das dann checkt, dass man noch zusammen ist. Mega süß. Und wir haben jetzt ein schönes Haus zusammen. Hier sehen wir die Umrisse. Das ist ja cute. Meist ist süß, gell? So, und wir haben jetzt endlich mal genug Platz für unsere Schuhe. Okay, das kommt definitiv ins Bad. Oh, wir haben sogar mehrstöckig, ey. Oh, look at this. Süß. Isch des Goldigleits. So, Stiefel. Können doch auch, müssen die alle da oben drauf sein? Nein, ich weiß es nicht. Aber den Schnickschnack würde ich da nie hinstellen. Man will ja auch Platz haben, um Schlüssel und sowas abzulegen, oder? Scheiße. Wir haben schon wieder zu viele Schuhe, Mann. So. Okay. Dann machen wir mal die Badehandtücher dahin. Oh. Unsere Zahnbürstchen. Zahnbürsti. Schon wieder die gleiche Bürsti. Das darf hier draußen stehen. Das erlaubt mir jetzt mal. So. Hopp. Jupp. Jupp. Ich finde es so ein beruhigendes Spiel. Das ist so süß. Ich will auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Wie findet ihr es denn bis jetzt? Ehrliche Meinungen sind erwünscht. Wie immer mit ihrem Pflanzen. Cool. Ich liebe es. Ihr könnt es ja auch selber spielen, wenn ihr wollt, ne? Das stimmt. Ich kann ja auch noch drinnen Sachen reinlegen, ne? Ja, soweit ist das Spiel süß. Ja, 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 ja. Es wird angenommen. Süß, süß, niedlich. Sehr schön. Das Spiel wird angenommen. Ich bin sehr glücklich. Community hat das Spiel angenommen. Süß. Gnu ist satisfied. Wenn es der Community gefällt, macht es Gnu glücklich. Ich finde es halt süß, dass man immer wieder diese kleinen Accessoires so mitnimmt. Die man so von seinem ganzen Trip irgendwie auch mitgenommen hat. Das ist echt süß. Das Spiel kostet, glaube ich, 19,99 Euro. Die Frage ist halt für mich. Vielleicht könnt ihr es mir beantworten. Ist das jetzt die einzige Story, die man spielen kann? Oder kann man mehrere spielen? Ich habe tatsächlich mehr, oder? Nicht wundern. Mülleimer, essentiell in jedem Bad. Und die Kackwaage. Ich finde das Spiel mega. Ich finde es halt voll entspannend. Ist echt geil. Immer extra die Klopapierrollen auch verpackt. Ich finde das Geräusch so geil. So, oh Gott, der Eimer ist ja schrecklich. Ich hoffe, der gehört hier nicht hin. Klobürste. Hey, wir haben endlich mal eine Klobürste. Yes. Was soll denn das sein, ey? Ich glaube, das kommt hier nicht hin, oder? Ich packe es trotzdem mal hin, aber ich werde mir definitiv sagen, dass das hier nicht hin darf. So, nochmal ein Handtuch. Wäschekörbchen. So. So richtig happy, die Musik hier. Kartons auspacken. So was spielt die Jugend von heute? Es ist ein bisschen mehr als das. Es gibt auch eine Story dazu und die ist ultra süß. Und ich spiele generell immer alles, deswegen. Ach so, kommt es hier hin? Packen wir das halt mal alles hier hin, dieses ganze Zeugs. Ah, okay. Kommt dann auch dieser... Diese schreckliche Wanne hin, ich verstehe. So, per Woll und sowas, Waschmittel. So, hier. Ist natürlich sehr gut versteckt, muss ich sagen. Das ganze Zeugs. Oh, halt. Ich wollte nochmal hoch. Oh, es hat keinen Platz mehr. Dann packen wir das einfach da hin. Ich hasse es, Handtücher zusammenzulegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich hasse es. Wo soll denn der Wäschekorb noch hin, Mann? Scheiße. Kann das da rein? Nein. Da passt der ja gar nirgends hin. Hm. Passt der da unten hin? Nein. Na ja, ich lasse es mal so stehen. Wir werden es ja später erfahren. So, endlich mal einen begebbaren Kleiderschrank, Leute. Wir haben es geschafft. Geil. Geil. Und endlich mal neue Kleiderbügel hier. Geil. So muss das sein. Weiß nicht, ob das hier her gehört. So, die Hose. Hängen wir halt mal hin. Obwohl ich es unnötig finde. So. Cute. 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 So. Das Vogelgezwitscher. Ich dachte, das kommt gerade von draußen, obwohl es im Game ist. Witzig. So. So, wunderbar. Ist noch ein bisschen mehr Kleiderbügelchen. Ähm. Da gibt es einen Korb fürs Klopapier. Was? Wo? Oh, stimmt. Tatsächlich. Oh, mon dieu. Was sehen meine Augen da? Stimmt. Wir haben jetzt auch Körbe fürs Klopapier, Leute. So sieht es aus. So. Sehr schön. So, dann kommt hier noch ein kleines Spiegelchen hin. Zack. 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 Unterhös hier natürlich. So süß, dass die immer noch zusammen sind. So, jetzt aber. Hä? Kein Platz mehr für einen Kleiderbügel. Na ja. Ich habe wirklich keinen Platz mehr für einen Kleiderbügel. Ach so, hier oben ist ja noch eine Stange. Ah. Oben, oben, oben. Ja, die haben sich ja richtig hier einen reingeknödelt. Ach so, dann passen oben auch gar nicht mehr die, äh. Ach so, unten kommen die langen hin, oben die. Ah. Ach, das ist jetzt nicht so schlimm. Kleider passen da nicht hin. Manne. Die Hosen auch nicht. Das heißt, die Shirts müssen nach oben. Damit die Kleider dahin passen. Natürlich, Leute. Wer hätte das denn gedacht? Okay. Das können wir zusammenlegen, finde ich. Mehr Kleiderbügel. Ich brauche mehr Kleiderbügel. Nicht nur für Hosen. So, passt doch. Auch immer die gleichen Outfits. Die missten aber auch nichts aus. Ich lege das. Das Spiel ist echt beruhigend. Wirklich beruhigend. Weil alles auch einfach so passt. So. Alles reinstopfen. Unterhosen brauchen nicht so sortiert sein, Mensch. So. Einer mit. Genau. Wir spielen Unpacking. Das ist so ein süßes Game, in dem man quasi, wir haben quasi als Kind angefangen. Und dann Student, waren in einer WG. Und dann haben wir einen Partner gehabt, haben uns von denen getrennt. Jetzt sind wir wieder ausgezogen. Also so ein bisschen eine süße Lebensstory im Sinne von, wir packen Dinge. Und das finde ich einfach süß gemacht. Und das ist auch ein bisschen traurig. Aber jetzt haben wir wieder jemanden. Und wieder ihre fette Box. Quatsch. Und schon ist wieder alles zugemüllt. Wisst ihr, warum ich keinen offenen Kleiderschrank möchte? Weil bei den meisten offenen Kleiderschränken, das sieht immer gut aus, wenn man wenig Kleider hat. Sobald du aber viel hast, finde ich, wirkt das einfach nur vollgestopft. Deswegen bin ich immer eher der Freund für Zurschränke. Weil so wie es zum Beispiel jetzt bei irgendwelchen Möbelhäusern gezeigt wird, ist es ja meistens nicht. Man hat ja nicht immer die gleichen schönen cremefarbenen Farben in dem Kleiderschrank hängen. Ich glaube, das kommt hier nicht hin. Ein Parfüm? Ja, kann ich mir vorstellen. Obwohl es wahrscheinlich alles ins Bad kommt, oder? Die sind da ja schon sehr konsequent. Safe. Der kommt auf jeden Fall hier hin. Nehme ich mal an. So, lass mal das hier jetzt irgendwo hinhängen. So, dann würde ich das mal ins Schlafzimmer. Ich habe keine Ahnung, ob das hier hin muss. Sieht aber fertig aus. Okay. Dann lass mal weiterpacken. Kann das hier drauf? Nee, das kann nur hier hin. Ich glaube auch nicht, dass hier der Drucker hin muss. Oh, wir haben ein Baby. Wir haben ein Baby. Ui. Wir haben ein Baby. Leute. Wir haben ein Baby. Das ist ja süß. Ein offener Kleiderschrank sieht halt auch sehr schnell unordentlich aus. Genau das ist es. Genau das fühle ich. Oh, süß. Oh, Küken. Oh Gott, meine ganzen kleinen Plüschtüre schon wieder. Okay, wieder Yoga-Matte nach unten. Kommt das vielleicht nicht eher auch ins... Wahrscheinlich... Ich packe das hier trotzdem mal alles hin, aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen umschlichten. Ich glaube, das kommt hier alles nicht aufs Bett. Und das kommt definitiv... Ich weiß nicht, wo die Pflanze halt hin soll. Ah, hier oben hin. Ah. Das ist interesting. Ich weiß nicht, ob das so gehört, aber... So. Plopp. Wieder die ganzen Kerzen, die wir nie angezündet haben. Meine ganzen Küken. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder das eine Küken. Stifte. Notizblöckchen. Es ist süß, dass die immer so ihre eigenen, persönlichen Dinge haben. Man weiß dann auch schon, zu wem was gehört. Das ist eigentlich auch wieder ihrs, aber ich weiß gerade nicht, wo das hin soll. Und die Tasche auch hier einfach unter das Bett. Das Walkie-Talkie kommt wieder auf die Seite von jedem. Das mache ich einfach mal hier hin. Die Raumtemperatur. Ey, wie viel Küken habe ich mittlerweile? Guckt mal! Das ist ja schrecklich. Das hört ja gar nicht mal auf. Wärmflasche. Das ist so ein richtiges Girlie-Zimmer, oder? Das ist so richtig... Girl! So. Voll cool, dass wir jetzt ein Kind haben. Das ist ja mega süß. Das ist ja ultra süß. Ich glaube, ich drehe durch. Das ist echt mega süß. Oh, look at this. Kann es nicht da rein? Doch. Das ist ultra süß. Ich muss ja auch das Kind einrichten. Oh, süß. Oh, das Schweini. Oh. Das ist echt goldig, das Spiel. Ich muss es leider so sagen. Das Spiel ist unfassbar süß. Schnuller. Kommt, glaube ich, ins Bett, oder? Nochmal. Nochmal. Nochmal eins. Ich habe keine Ahnung, was das hier... Oh Gott, wie viele haben wir denn hier von diesen Schlötzchen? Eine Rassel. Nochmal. Wir haben zu viel von diesen Dingern. Oh Gott. Es hört nicht auf. Babytasche. 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 Hier hin. Babyprodukte. Oh Gott, da gibt es ja auch dieses Ganze. Oh Gott, mich grauzt es schon, wenn ich daran denke. One day. Voll Bock drauf. So. Okay. Wunderbar. So viel Zeugs. Respekt an alle, die ein Baby haben. Ich glaube, ich wäre noch total lost. So. Ich glaube, es macht mega Bock, so ein Babybett einzurichten, oder? Haben wir Zwillinge oder haben wir zwei Schnuller? Oder ist das einfach nur eine Reserve? Oh Gott, diese ganzen Tierchen. Das ist ja auch... Unbelievable. Keine Ahnung, was ich hier noch alles ins Babybett reinhauen soll. So, jetzt sehe ich auch mal ein bisschen mehr. Das ist schon süß, oder, Leute? Das ist schon ein süßes Story gewesen hier, gell? Äh, ich habe keinen Platz mehr. Können wir aufhören mit den Würfel-Dings? So viel Würfel braucht kein Kind. So, ein kleiner, süßer Mülleimer. Diese Würfel, ne? Keine Würfel mehr jetzt. So, ein Kissen. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber irgendwie gibt es das ganz schön oft hier. Eine Rassel. Ich lege jetzt einfach alles hier drauf. Noch ein Buch. Das Kind hat ganz schön viel Bücher. Äh... Oh. Jetzt wird es aber langsam echt voll. Wohin denn damit? Darf doch sicherlich auch mal was auf dem Boden stehen, oder? So. Okay, ich glaube, das ist das letzte Zimmer. Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü. Wir haben so viel neues Zeug hier. Es ist wirklich ein entspanntes Spiel. Wirklich entspannend. Und zucker cute. So, das packen wir auch wieder da unten hin. Pflanzen und Kaktus. Wir haben sogar einen eigenen Garten jetzt. Geht ja richtig ab hier. Und wieder meine kleinen Post-its. Ich habe auch, bei mir war es auch so, ich habe immer so viel Gruscht gehabt auf meinem Arbeitszimmer. Der war nie clean. Immer nur Gruscht. So, eine Uhr. Habt ihr noch so einen richtigen Arbeitsplatz? Oder macht ihr eh alles auf der Couch? Das sind alles Babybücher. Ach du Scheiße. Babybücher, 10.000 Staffeln. Oh, ein Weihnachtspulli bestellt. Das freut mich aber. Dankeschön, coole Nudel. Ich schaue später mal vorbei. Ich hoffe, ich sehe es. Okay, den Stressbrall brauchen wir auf jeden Fall hier bei uns. Bin ich irgendwie eine Buchschreiberin oder Illustratorin von Kinderbüchern? Kann das sein? Würde ja Sinn machen. Weil sie ja sowieso so viel malt. Bin ich eine Kinderbuchautorin, weil ich so viele Bücher habe? Kann schon sein, ne? Dass ich das bin. Ja, auf jeden Fall. Also wer so ein Zeichenpad hat, der ist da schon mega am Start. So, Bücher, Bücher, Bücher. Deswegen auch die Zeichnungen, oder? Ich denke, Modedesignerin. Glaubst du? Was ist denn das? Was glaubt ihr denn, Leute? Ihr könnt doch mal gerne eure Gedanken reinschreiben. Ja, aber sie zeichnet halt viel so Kinderdinger, ne? Und sie hat ja auch eine Nähmaschine gehabt, gell? Stimmt, da war ja was. Die ist Kinderbuchautorin, ne? Denke ich auch. No, und die kleine Ukulele. So, Babylampe. Meine ganzen Malstiftchen, Lava-Lampe darf nicht fehlen. Yes. Yes. Ja, auf jeden Fall macht sie was. Sie ist auf jeden Fall was bezeichnen. Also das ist klassisch offensichtlich, Leute. So, ich packe das mal hier hin. Komm schon, gib mir Platz. Nein, es passt hier nicht hin. Warum? Mann, wenn man zu viel Kruscht einfach hat. Ich will das hier oben draufstellen, so. Okay. Das Bild? Fragezeichen. Was für ein Bild? Im Schrank ist das Gestell für die Ukulele. Ach so, das gehört es da drauf? Oder wo? Ach so. Oh. Oh. Wie cool. Dankeschön. Jetzt haben wir das endlich auch mal. So. Jetzt kommt das letzte und zwar die Küche. Oh, was? Wir haben zwei Küchen? Ach, das ist der Essbereich. Küche und dann sind wir durch. Nee, da kommt noch das Wohnzimmer. Okay. Machen wir Wohnzimmer zuerst. Zack. Äh, Buch. Buchi. Mein Buch. Unser Buch. Das Buch der Gnus. Das Schöne ist immer alles einzurichten. Das sind, das sind Sims in Pixel. So, ist das ein Computerspiel? Das ist ein Computerspiel. Sieht aus wie die Evil Within. Das ist ein Buch. Das ist auch ein Computerspiel. Das sind so cool, dass es Zocker sind. Das ist so cute. Auch wieder ein Spiel. Süß, süß. Okay, der kommt auf jeden Fall in die Küche. Jetzt haben wir endlich eine fesche Küche, ey. Die hat sie auch überall mitgeschleppt über die Jahre. Die mussten auf jeden Fall mit. Ist eigentlich voll die süße Idee, sowas zu machen, ne? Meine Wii. Die, die Controller, der Receiver und die Fernbedienung, so. Die Wii machen wir direkt an. Kissen. Ist das witzig. Aber wieso habe ich immer diesen komischen Krückstock? In dem Krückstock dachte ich ja auch schon, dass es eventuell einfach ein altes Paar ist. Oder heißt der Krückstock, dass einer von den beiden irgendwie was hat? Wisst ihr, was ich meine? Weil einer hat ja hier einen Gehstock. Also, beziehungsweise meine hat ja einen Gehstock. Wisst ihr da irgendwas? Oder habt ihr da irgendeine Ahnung? Weiß nicht, was das hier immer soll. Diese kleinen Dinger da. Ein Gehfehler vielleicht. Ja, also das hat ja meine. Aber ich habe ja Fußball gespielt. Also das ist ja das. Mein Charakter hat ja Fußball gespielt. Und irgendwann ja gar nicht mehr. Kann es sein, dass irgendein Unfall war, was wir übersehen haben? Maybe Erinnerungsstück vom Eltern. Das sind Untersetzer. Ja, aber die gefallen mir gar nicht. Untersetzer für Tassen. Ja, Untersetzer für Gläserlies. Oh, nein. Decke, Lüsch. So. So. Wie viele Räume. Wie viele Zimmer. Ah, wie schön hier das Licht reinscheint. Oder? Sieht doch richtig schön aus. Schön ist das, du. Das ist doch schön, Leute. Wie viele Bücher wir haben. Und wahrscheinlich lesen wir davon auch nicht mal mehr was. No, das Bild in meiner Family. Gläser. Diese hässlichen Wale. Gläser. Salz und Pfeffer kommt auf den Tisch. Eine schöne Schale. Was soll denn das? Der kommt hier bestimmt nicht hin. Der kommt bestimmt hier ins Zimmer. Der Rechner. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Bücher ist, glaube ich, echt egal, wo wir die hinfügen. Wieder irgendwelche komischen Untersetzer. Ich glaube, dass der Rechner hier auch nicht hinkommt. Aber wir lassen es jetzt mal. So. So schnell geht es. Macht euch einrichten Spaß? Mir tatsächlich nicht. Also schon, aber ich kann nicht gut einrichten. Ich bin zu unkreativ. Das sieht bei mir immer schrecklich aus. Ich glaube nicht, dass es hier hinkommt, oder? Das war doch letztes Mal im Wohnzimmer. Da hat es keinen Platz mehr. Wirklich doch im Esszimmer? Hm. Diese tausend Bücher immer. Endlich können wir vier haben. So. Salz und Pfeffer kommt hier hin. Ich glaube, der Laptop kommt hier auch nicht hin. Serviettenständer. Genau, Müll muss noch mehr zu. Das kommt auf jeden Fall in die Küche. Der Toast. Der Toast, die Toast. So. Die Gläser kann man auch hintereinander stellen. Das kann man alles exakt so platzieren, wie man es gerne möchte. So, es kommt alles unter die Spüle. Ich hoffe, dass ich jetzt hier mal nicht das Problem habe, dass ich jetzt keinen Platz habe, sondern dass das hier alles mal unterkommt. Das fände ich echt schön. So. Hoffen wir es mal. Magnet. Meine Magnete. Oh, guck mal, das sind wir. Süß. Süß. Ich will auch einen Magnetkühlschrank mal haben. Machen wir es mal alles Gewürzige und sonstiges da oben hin. Also ihr könnt es tatsächlich auch einrichten, wie ihr wollt. Ich weiß nicht, was das sein soll. Irgendwas wieder, was ich wahrscheinlich hier reinstellen kann. Schälchen. Das kommt dann hier rein. Oh, mein rotes Auto. Das kommt hier wirklich in die Küche? Okay, Reiskocher hat endlich auch mal Platz. Finally. Da oben kommt man halt nie wieder hin. Das ist etwas, wo du nie wieder hingreifen wirst. Okay, Tassen kann man da hinpacken. So. Kaffee da oben. Das kann auch da hin. Hier hin. So. Das soll eine Schale sein, oder was? Hm. So. Und der Wal, der darf da oben hin. Der nicht ins andere Zimmer muss. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, das ist egal. Aber endlich habe ich mal Platz. Oh. Oh. Äh. Noch mehr Kochtöpfe. Noch mehr Zeugs. Noch mehr Zeugs. Oh Gott. Ich glaube, das wird am Ende doch wieder eng werden. Kann das sein? Ah, das passt da hin. Oh Gott, wir haben noch so viel. Okay, das kann auf jeden Fall ins Klo. Die Frage ist, mit welches. So. Dankeschön, Cedric. Vielen Dank. Okay, Klo-Papier-Rolle. Jo, war nicht. Das Sieb schon wieder. Ich hasse das Sieb so sehr. Und ich weiß, dass jetzt noch 10.000 Töpfe kommen, die es uns wieder schwierig machen werden. Natürlich. Sollte es auch anders sein. Oh Mann. Why? So. Okay. Das können wir da oben hinpacken. Wieder ihre kleinen Reisdinger. Schirr-Hange. Kommen wir da hin. Da hin. Und dann noch. Das wird ruhig das hin. Auch da oben hin. Die Käse reibe natürlich immer schöner auf den... auf den Ding drauf. Okay. Das kommt hier hin. Der Kühlschrank ist schrecklich. Wenn ich das mal so sagen darf. Also nicht der Kühlschrank, sondern der Mülleimer. Passt ja gar nicht rein. Äh, Teller, ne? Hm. Kommt dann da oben hin. Das reicht mir jetzt. Noch nur vier Teller. Eigentlich voll praktisch, weil dann zieht man sich nicht 10.000 Teller raus und am Endeffekt muss alles in die... in die Geschirrspülmaschine. In Australien zum Beispiel hatten wir echt nur vier Teller und wir waren so... sparsam. Das muss man schon wirklich sagen. Wir haben das kaum benutzt. Also wir haben immer das gleiche Geschirr benutzt und haben es halt dann einfach mal abgespült, was ja nicht schlimm ist, wenn nur ein Brot drauf ist oder so. Das war echt praktisch. Ja, rein damit. Egal. Das werden die schon wieder finden. Die hat schon wieder irgendein komisches Ding da mitgebracht. Verdammt. Das will doch keiner. So, wo hänge ich die auf? Also die würde ich gern aufhängen. Oder? So kleine Handschüchen muss man doch aufhängen. Das geht nicht. Oh. Danke, Damdam. Dankeschön. Oh nein. Wo habe ich denn das andere hin? Ah, hier drauf. Einfach sehr gut. Da auch nochmal drauf. Nein, es passt nicht. Nein. Nein. Bitte nicht. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Jetzt gibt es wieder keinen Platz wegen diesen einen Dings da, ne? Diese verdammte Schale. Ist das hier keine Deko, dieser Fisch? Kommen die halt hier oben hin, die Schüsseln. Kann man besser einrichten, aber funktioniert auch so. Jetzt habe ich schon wieder hier keinen Platz. Das ist wirklich schrecklich. Kommst halt da hin. Ich hoffe, die kacken deswegen nicht rum. So, süß der Scheißhaufen. Boah, also der Kühlschrank ist aber jetzt auch echt langsam totgestellt. Verdammt, wir haben doch zu viel Mist. Jetzt. Wir haben zu viel Zeugs. Oh Gott. Zu viel. Zu viel, zu viel, zu viel. Viel, zu viel Konsum. Hören Sie auf. Oh mein Gott. Es hört nicht auf. Es ist einfach furchtbar. Oh Gott. Bitte, Leute. Bitte lasst mich hier irgendwo rein. Ich dachte, ich habe echt kein Problem, das irgendwo unterzubringen, aber tatsächlich ist es doch ganz schön voll. Und der Kühlschrank wird sogar langsam voll. Oh Gott, ey. Wie viele von diesen Dingern haben wir denn noch? Um Jottes Willen. Okay, also da meckert er. Kann es sein, dass es auch gar nicht hierher gehört? Da meckert er auch. Und da meckert er auch. Wo soll das sonst hin? Okay, da sagt er nichts. Den Blech kannst du auch in den Ofen geben. Tatsächlich irgendwie nicht. Ich kann den Ofen nicht öffnen. Blöderweise. Was ja eigentlich logisch wäre. So, die Schale gefällt denen da auch nicht. Aha, okay. So, dann kommt die halt da hin. Fast auch nicht. Aha. Dann muss das halt so gemacht werden. So. Es blinkt aber nur noch das Zeugs. Kommt es vielleicht hier hin? Muss wahrscheinlich auf den Esstisch, ne? Es kommt hier nicht hin. Hier auch nicht. Es wird ja dunkel draußen. Ach, witzig. Da, ach so? Das wusste ich gar nicht. Kann es sein, dass der Globus hier einfach nicht hingehört? Hört er vielleicht hier irgendwo ins Regal? Ja. Okay, hier passt alles. Hier, das muss woanders hin. Das kommt wahrscheinlich da rein, oder? Ja. Wo kommt das hier hin? Also, ich habe keine Ahnung, wo der Wäschekorb hinkommen soll. Oh nein, das muss alles eingeräumt werden, oder was? Oh nein. Bitte lass mich doch in Ruhe. Nein. Leave me alone! Just leave me alone! Oh Gott. Wer passt da nicht rein, außer so zwei dumme Shirts? Oh je. Oh je, ernsthaft? Ernsthaft? Mann! Oh Gott. meine Meinung dazu. Müsst du ja akzeptieren. Kannst du nicht einfach da reinpacken? dieses hier konsequent nicht zulassen, dass man dir irgendwas anderes hinpackt, ey. Skandal. Mach ich es halt so. So, jetzt. Das ist zu viel Kleiderbügel. Ja, die hätte man anders anrichten müssen. So, das kommt auf jeden Fall rüber. und zwar nicht hier. Sondern die kommen glaube ich ins Äh, fürs So, das darf hier natürlich auch nicht drin sein. Ja, dann stellen wir halt hier alles voll. So, die Sachen hier. Wo soll dieses Kackblech noch hin? Passt hier ja nicht hin. Äh, ich weiß nicht, wo das hin soll. Auch in Regal? Ah, okay. So, hier ist alles in Ordnung. Wo blinkt es noch? Blinkt es noch irgendwo? Seht ihr noch irgendwo was? Außer das Bad? Hier. Ach, wahrscheinlich muss der Wäschekorb da rein, oder? Ja, okay. Wo dann? Ah, und das? Okay, scheint so richtig zu sein. Hier ist aber noch irgendwas. Seht ihr noch irgendwo was? Ne, hier passt doch alles. Hier passt auch alles. Ah, Kinderzimmer. Oh je, die scheiß Klötze. Sag bloß, die müssen alle am Boden. Oh Mann, voll in Eckt umsonst gemacht. So. Okay, okay, okay. Okay. So. Jetzt. Wo fehlt noch was? Ach, hier, die Sachen. Okay. Noch was? Ein Bad. Ach, das hier oben. Wo soll das? Ach so, das muss wahrscheinlich hier hin. Okay. Yes. Genug Platz für alle unsere Klamotten und noch einiges mehr. Zu Hause ist es am schönsten. Oh, süß. Unpacking. Oh, war das lieb oder war das lieb? Oh, das war richtig lieb. Hoffentlich kein Copyright. Oh, süß. Lest mal den Text. Oh. Oh, süß. Oh, süß. Oh, süß. Oh. Das ist so, Seuss. Das ist richtig süß. Süß, hier singt eigentlich die ganze Geschichte, die wir hatten. Wie viele Leute an so einem Spiel arbeiten, ne? Das ist doch krass. Wir packen unser Leben aus. Süß. Süß. Meinen Knus. Von 1987 bis 2018. Oh, süß. Guckt mal. Oh. Oh. Ist das süß. Was ein cooles Game. Wirklich süß. Ich hoffe, es gibt da einen neuen Teil. Ich hoffe, es gibt mehr Spiele. Das war ultra süß. Ultra schön gemacht. Und, äh, ja. Richtig, richtig cute. Also, wenn es da irgendwie eine Fortsetzung gibt, ich bin auf jeden Fall dabei. Und, äh, spiele das auf jeden Fall weiter. Da kann man einfach einen neuen Speicherpunkt starten. Richtig, richtig süß. Ähm, empfehlt mir gerne mehr solche Games. Ich will mehr sowas spielen. Und kommt auch gerne auf www.tisch.tv slash nur durch live vorbei. Ähm, über Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Ein Abo. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht, was gerade bei euch ist. Und an alle, die Herzschmerz haben, handherzig. Bis zum nächsten Mal.